Untertitelung des ZDF, 2020 Markus Fiedler, hallo Markus. Hallo Jens. Schön, dass du hier nach Hamburg gekommen bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich es mal wieder fahren durfte. Ja, wir haben uns irgendwie vor ein paar Jahren in Berlin zum ersten Mal kurz gesehen und das ist jetzt quasi aber unser erstes wirkliches Aufeinandertreffen, kann man sagen. Genau, da saß man am Tisch mit Meeren zusammen, ne? Genau. Bei einer Geburtstagsfeierbarung miteinander schmackt. Genau, und haben philosophiert über das Leben. Ich begrüße auch Spock ganz herzlich. Hallo Spock. Hallo Jens. Hallo Markus. Hallo Spock. Ja, schön, dass wir hier zusammen sind in diesen verrückten Zeiten. Sag mal, diese Krise, ne? Und ich will das am Anfang gleich eigentlich abhandeln, das Thema Krise, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich kann das Wort mit dem C auch nicht mehr hören. Aber wie hat das sozusagen dein Leben beeinflusst im vergangenen Jahr? Hat es das überhaupt beeinflusst? Massiv, klar. Also Familienleben wird beeinflusst. Wer das Gegenteil behauptet, der hat, glaube ich, das nicht miterlebt. Und es beeinflusst natürlich auch immer noch mal wieder das Weltbild, obwohl ich von mir selber behaupte, dass ich inzwischen schon ein ziemlich dystopisches Weltbild habe. Aber man kann ja immer noch eine umdrauf sitzen. Also der Glaube daran, dass uns das Grundgesetz vor faschistoiden Tendenzen schützt, der ist jetzt auch weg. Also man merkt ja wirklich, dass von seinem eigentlichen Weltbild, also dass der Vaterstaat die Bürger beschützt und dass solche Tendenzen, wie wir sie von früher kennen, dass die nicht mehr möglich sind, also sowohl DDR als auch was davor war. Ja, das ist ja wohl dahin. Nein, das kann man einfach sagen, dass wir jetzt wissen, dass, wie sagte Dirk Pohlmann, mit dem ich ja sehr, sehr viel und sehr gerne zusammenarbeite, er sagte, das Grundgesetz ist inzwischen auf eine Wertigkeit von Klopapier gesunken. Also dem würde ich mich vollkommen anschließen. Durch eben das Infektionsschutzgesetz, was dem jetzt quasi übergestülpt wurde. Nein, du kannst ja nichts dem Grundgesetz überstülpen. Also das geht ja gar nicht. Aber so wird es gelebt. Ja, genau, das ist ja das Problem. Also das Grundregeln des demokratischen Zusammenlebens, einfach so außer Kraft gesetzt werden, immer bei der erstbesten Gelegenheit, das macht mir wirklich Sorge. Das heißt für mich, dass viele Leute, die als Bürger hier in dem Land leben und viele Leute, die in Machtpositionen sind, dass die überhaupt nicht fähig sind, wirkliche Demokratie zu leben. Es sind keine Demokraten. Nenn mal ein paar konkrete Beispiele aus deinem Alltag. Naja, also es wird ja immer gesagt, wir, also du und ich, wir müssen jetzt ja Maske tragen, damit wir andere schützen. Das ist ja eine geniale Konstruktion auch. Also es ist ja nicht so, dass ich die Maske trage, um mich selber zu schützen, sondern ich trage die Maske, um andere zu schützen. Solidarität. Genau, Solidarität, um den Volkskörper zu schützen und die Volksgesundheit zu schützen. Also absichtlich so formuliert, um zu sehen, in welche Richtung das gehen könnte. So und das heißt also, und wenn man das dann nicht macht, dann wird argumentiert, dann kollidiert das Ganze mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt also, ich wäre dann also quasi Gefährder und bringe andere halt in eine Gefahrenlage, nämlich dass sie sich infizieren könnten. Und wenn die jetzt halt eine schlechte körperliche Konstitution haben, könnten sie auch daran sterben. Also an Covid-19 oder an SARS-CoV-2 oder wie man es immer nennen möchte. So und das Interessante ist ja, wieso werde ich erstmal als Gefährder angenommen, wenn ich überhaupt keine Krankheitssymptome zeige? Also normalerweise bin ich dann gesund. Also das war ich bisher auch immer. Auch die Annahme, hier spricht der Biologe, die Annahme, dass jemand, der keine Krankheitssymptome zeigt, trotzdem Ausscheider von Viren sein kann, war für mich bisher auch neu. Muss ich auch neu dazulernen. Das finde ich eine mutige These. Und nur weil sie immer wieder vorgebracht wird, heißt das ja noch lange nicht, dass sie richtig ist. Und ich sehe da auch keine Studie, die es untermauert und schon gar nicht die Studie, die ein gewisser Herr Dr. Osten da herausgebracht hat. Also Dr. Osten deswegen, weil ich glaube, dass er seinen normalen Doktor verlieren wird demnächst. Ich halte den Doktor nicht für rechtskräftig erworben, weil er es ja 17 Jahre lang anscheinend nicht geschafft hat, seine Doktorarbeit einfach mal publik zu machen, obwohl er es innerhalb eines Jahres machen müssen. Und okay, also ich bin jetzt also Gefährder und greife sozusagen in das Persönlichkeitsrecht von anderen Leuten ein, nur weil ich eine Vorsichtsmaßnahme nicht nehme, die mich aber selber in meiner Gesundheit beeinträchtigt, ganz offensichtlich. Also Masken tragen ist nicht gesund. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein Quacksalber, ganz einfach. So vor allen Dingen nicht die FFP2-Masken, die ja massiv die Atmungstätigkeit behindern, sowohl ein- als auch ausatmen. Woher beziehst du jetzt diese Erkenntnisse? Das wäre zum Beispiel halt einfach, die Unfallkassen haben da eine ganz, ganz klare, also es gibt ja Richtlinien für FFP2-Masken. Du darfst ja eigentlich normalerweise keine FFP2-Maske anbieten oder einem Arbeitnehmer aufdringen, ohne dass du ihm erstens eine ärztliche Untersuchung zuteil kommen lässt als Arbeitgeber. Das heißt also, wenn ich als Arbeitgeber möchte, dass meine Arbeitnehmer irgendwie FFP2-Masken tragen, dann muss ich die erstmal untersuchen, ob die überhaupt die Konstitution dafür haben. So und das ist ja neuerdings ausgesetzt, gibt es gar nicht mehr anscheinend. Hat sich geändert, aus welchem Grund auch immer. So okay, also jetzt muss ich also diese FFP2-Maske tragen, um jemand anders zu schützen. Und dann sagt der, ich greife in sein Persönlichkeitsrecht ein, in seine körperliche Unversehrtheit. Das ist glaube ich eine Verwechslung. Ich weiß auch nicht, warum der mal darauf nicht eingegangen wird genauer. Aber ich kann doch als Mensch überhaupt nicht virales Geschehen wirklich sicher irgendwie eindämmen. Geht nicht. Haben wir jetzt auch gesehen, das letzte Jahr, das funktioniert auch mit den Maßnahmen nicht, die der Staat ergriffen hat. Und das heißt, hier geht es nicht darum, Recht auf körperliche Unversehrtheit, sondern das wäre quasi Recht auf Gesundheit und das gibt es nicht im Grundgesetz. Also da fordert jemand ein Recht auf Gesundheit ein und das ist nicht zu gewährleisten. Kann der Staat nicht gewährleisten, kann man auch gesetzlich nicht gewährleisten. Recht auf körperliche Unversehrtheit heißt zum Beispiel, dass ich ein Abwehrrecht gegen den Staat habe, dass er nicht irgendwas mit meinem Körper macht, was ich nicht will. Zum Beispiel mir eine Nadel in den Arm sticht oder solche Geschichten. Gehört dazu. Es ist eben halt nicht der kleine Pieks, der dabei rauskommt, sondern es ist das, was in die Blutbahn gespritzt wird im Zweifelsfall. Oder ins Muskelbewebe, je nachdem, wo es dann hingeht durch Zufall. Und was macht das mit dem Körper? Das ist ja auch unbestritten, dass da massive Nebenwirkungen sind und Wirkungen. Und wenn ich als Individuum nicht möchte, dass diese Wirkung eintritt, dann habe ich ein Abwehrrecht. Das heißt, das ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ich kann sagen, das will ich nicht. Nein, danke. Und zu sehen, dass ich halt Gefährder bin, ist auch, das widerspricht sämtlicher Rechtsnormen nicht von vorher. Das ist eine Umkehr der Normalität. Weiß das Umkehr eigentlich quasi. Ich muss jetzt beweisen, dass ich gefahrlos bin normalerweise und muss mir jemand anders beweisen, dass das von mir Gefahr ausgeht. Jetzt mal, also ich finde es ja immer spannend, empathisch zu sein da, wo es weh tut. Und also die andere Seite in Anführungsstrichen zu hinterfragen. Wenn man jetzt selber in der Funktion zum Beispiel der Politik wäre, gibt es aus deiner Sicht auch was, was jetzt die Politik im letzten Jahr richtig gemacht hat? Oder sagst du grundsätzlich, also wenn ich da in der Verantwortung gewesen wäre als Markus Fiedler, ich wäre Bundesgesundheitsminister gewesen, ich hätte es einfach komplett anders gemacht. Oder also wie hättest du es gemacht? Mit deinem, ich sage mal, du bist Biologe, du bist jemand, der sehr tief in Themen reingeht. Da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Alle, die dich noch nicht kennen, du bist jemand, der quasi irgendwie investigativer Journalist geworden ist, obwohl er es nicht gelernt hat. Darf ich mal ganz kurz nachfragen, was ist denn ein nicht investigativer Journalist? Ich dachte immer, dass das gehört zusammen irgendwie. Ja, der investigative Journalist ist jemand, der richtig tief geht. Und der Journalist ist jemand, der nicht ganz so tief geht. Jetzt überlege ich gerade, weil ich selber Journalist gelernt habe. Ich habe selber damals ein Volontariat gemacht und habe sozusagen die Ausbildung zum Redakteur gemacht und bin immer jemand gewesen, der auch immer sehr stark nachgefragt hat. Also wäre ich dann wahrscheinlich vielleicht auch ein investigativer Journalist gewesen. Ja, bist du doch automatisch. Also wenn du, das ist doch doppelt gemoppelt. Das ist wie ein Journalist-Journalist, würde ich jetzt sagen. Also wenn du investigativ sagst. Also vom Journalisten erwarte ich, dass er erstens selber Nachforschung anstellt, dass er im Zweifelsfall beide Seiten zu Wort kommen lässt. Also wenn es halt strittige Themen sind. Und wenn es halt wirklich um korrupte Machenschaften geht, dass er dann halt die auch gnadenlos aufdeckt. Darum geht es ja letztendlich. Und dann natürlich auch sauber aufdeckt und nicht halt irgendwelche Sachen macht, die, sagen wir mal, irgendwelche Quellen fälsch oder Beweismaterial fälsch, wie zuletzt, glaube ich, beim Magazin Monitor jetzt gewesen. Das war ja der Kollege hier, ich glaube, das war der, ja, Georg Grestle. Und das hat er, wo habe ich es, glaube ich, gehört, das gucke ich mir auch immer ganz gerne an. Das ist hier beim Massengeschmack-TV. Kreimer, ja. Das ist der Holger Kreimer. Genau, den hatten wir auch schon in der Sendung. Genau, super. Das hat er gut gemacht, finde ich. Das fand ich super. Also das ist ja eigentlich die Aufgabe des Journalisten, da nachzugehen. Auch wenn Kollegen Mist bauen. So, und investigativ gehört dazu. Das heißt, also, wenn ich jetzt nicht gerade Sportreporter bin oder solche Sachen, wo es ja, glaube ich, keine große Recherche braucht, um mal ein Ergebnis von einem Fußballspiel herauszubekommen, weil das steht ja auch ganz groß auf der Tafel. Ist ja vielleicht auch eher Unterhaltung, Kategorie Unterhaltung, Sport. Genau, richtig. So, und ansonsten für alle anderen Themen heißt es, ich forsche nach. Also, Investigativ-Journalist halte ich für Doppelkümmerbild, das ist das Minimum. Aber inzwischen musste ich ja lernen, also ich bin ja Quereinsteiger als Journalist sozusagen, musste ich ja lernen, dass Journalisten offensichtlich auch auf das Investigativ verzichten können. Ja, also sie können auch vollkommen ohne Nachforschung irgendwas von einer DPA oder sonstigen Nachrichtenagentur übernehmen und einfach aufschreiben. Ja, vielleicht brauchen wir deswegen jetzt auch noch diese Ergänzung investigativer Journalist. Ja, das sind ja keine Journalisten, das sind ja Quacksalber, würde man mal bei Ärzten sagen. Das sind einfach, das sind Fuscher. Also die können genauso gut ihren Job an den Nagel hängen. Das, was die machen, kann jeder Schüler in der Mittelstufe schon. Also vernünftiges Deutsch reicht vollkommen aus. Und selbst das ist ja bei einigen Kollegen noch nicht mal vorhanden. Und dann kann ich so einen Artikel abtippen und irgendwie paraphrasieren. Also das ist doch die Kunst der Schüler, das können die doch hervorragend. Die nehmen sich irgendwelche Quellen zum Beispiel aus der Wikipedia und versuchen das dann möglichst ein bisschen umzuschreiben im besten Falle oder direkt zu kopieren und fügen das dann in ihre Hausarbeit an und behaupten, das wäre ihre Arbeitsleistung gewesen. Das heißt also, diese Journalisten, die können hingehen, wo der Pfeffer wächst. Also die brauche ich nicht. Aber kommen wir nochmal auf diese, also du, wenn du Deutschland durch die Krise geführt hättest. Okay, genau. Also was hätte ich gemacht? Also gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt keine, also überhaupt keine Ahnung von Naturwissenschaft oder irgendwas in der Richtung. Das Minimum, was ich als Demokrat machen müsste, wäre doch erstmal widerstreitende Meinung zu suchen. Also ich würde mir die gezielt raussuchen, das heißt also sowohl die eine als auch die andere Seite und müsste mich dann durch den ganzen Karm durchwühlen. Das wäre ein relativ langwieriger Prozess und ich würde selbstverständlich erstmal auf Nummer sicher gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, das ist also eine Krankheit wie Ebola oder sowas in der Richtung, die jetzt also massenweise in kurzer Zeit eine ganze Population dahin rafft, dann muss ich natürlich Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. So, jetzt ist aber die Frage, muss ich zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, zusätzlich zu dem, was ohnehin die Gesundheitsämter machen. Das heißt also, wir haben ja genau diese Amtsärzte und Gesundheitsämter, die auf lokaler Ebene überall arbeiten, genau kontrollieren, was da stattfindet. So, das wäre erstmal die erste Frage gewesen, hätte ich schon mal mit Nein beantwortet. Das heißt also, ich hätte jetzt bei der Corona-Krise keinen Grund gesehen, warum ich da mehr machen muss, als die Gesundheitsämter ohnehin machen. So, und dann fragt man sich, warum muss irgendwas auf Bundesebene geregelt werden? Gut. Und wenn ich dann mit meinem Expertengremium dann unterwegs bin und mir die ganzen Sachen anhöre, dann geht es ja immer darum, was ist Schutz der Bevölkerung und was sind die Freiheitsrechte der Bevölkerung. Und du kannst ja eben nicht einfach die Freiheitsrechte einfach mal so eben beschneiden. Und welche möglichen Kollateralschäden können entstehen. Genau, aber du musst da sehen, Leben ist gefährlich. Also das heißt, es gibt Leute, die rauchen. Es gibt Leute, die essen zu viel zum Beispiel, so wie ich. Damit geht ja auch eine Gefahr einher. Es gibt Leute, die machen Bungee-Jumping oder was auch immer. Also die haben Freizeitbeschäftigung, die nicht gerade der Gesundheit irgendwie zuträglich sind. Ja, oder alleine in einer Großstadt zu leben. Also die Luft, die man einatmet durch die Abgase. Richtig, genau. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen weltweit an Atemerkrankungen sterben. Das ist gigantisch, wenn man sich die genauen Zahlen anschaut. Das geht in die Millionen. Und das ist eben genau das auch, was du gerade sagst, das Essen, Lebensmittel. Also wenn ich in Supermärkte gehe und mir anschaue, was die da alles zusammen mischen teilweise, da stehen einem ja die Haare zu Berge. Da sind die übelsten Sachen drin, die auch schon unsere Kinder dann irgendwie da von früh an bekommen. Und dementsprechend natürlich auch schon in diese Süchte reingeraten, weil das wissen wir alle, Zucker ist eine stärkere Droge, glaube ich sogar. Wurde mal irgendwie untersucht als Kokain. Also von der... Glucose ist bei kleinen Kindern, also Traubenzucker ist bei kleinen Kindern ein Schmerzmittel. Also das heißt, wenn jetzt ein kleines Kind, ein Säugling Glucose bekommt, ist das gleichbedeutend mit einem Schmerzmittel. Das heißt, das Kind verspürt dann weniger Schmerz. Ja, und das ist ja halt etwas, wo ich sage, also da hat man uns ja vorher auch nicht geschützt. Im Gegenteil, also es wird immer schlimmer, also es wird immer verrückter, es wird immer abgedrehter. Ja, das sind jetzt ja so Errungenschaften der Zivilisation, mit denen wir leben müssen. Also ich bin ein relativ guter Nahrungsmittelverwerter, sonst wäre ich nicht so dick, ganz klar. Das würde mir wahrscheinlich in der Steinzeit so nicht passieren. Also da wäre ich wahrscheinlich eigentlich von der Verwertung der Nahrungsmittel wahrscheinlich ziemlich gut. Andere Leute, die schlechter Nahrungsmittel verwerten, die jetzt normalgewichtig sind, obwohl sie viel essen, wären wahrscheinlich in der Steinzeit ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil dann würde ihr Leben ja nur aus Nahrungssuche bestehen. Also weil sie halt einfach zu wenig davon umwandeln können, also in Energie. Gut, das ist der Teil. Aber zurück zu den Freiheitsrechten. Das heißt also, ich muss den Bürgern Freiheitsrechte zugestehen, die sogar so weit gehen, dass jeder Bürger hat das Recht, sich selbst zu schädigen. Also wenn ich Bungee-Jumping mache und das Seil reist, dein Problem. Oder Motorrad fahre. Oder Fallschirmspringen, was auch immer. Ja genau, Motorrad fahren, Autofahren sowieso. Also ist ja auch ein Gefahrenpotenzial damit verbunden. So und auch wenn du zu schnell fährst oder die Kurve falsch einschätzt oder was auch immer. Also das ist immer mit einer Lebensgefahr verbunden im Endeffekt auch, auch wenn die Autos noch so sicher sind. So und das heißt also, wenn ich mit Bakterien, mit Keimen allgemein, mit Viren umgehe, dann habe ich auch als Bürger das Recht darauf, mich in Gefahr zu bringen. So, mich selbst. Wenn ich selber Krankheitssymptome zeige, das ist ja eine Sache des sozialen Miteinanders, dann würde ich natürlich nicht irgendwie in die Gesellschaft gehen, wenn das Krankheitssymptome sind, die halt irgendwie tödlich sein können. Aber das habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Also wenn ich irgendwie schwer Grippe hat oder Fieber, dann habe ich mich auch automatisch irgendwie. Und wenn ich irgendwie niesen muss, da habe ich es auch in die Armbeuge gemacht. Also dafür brauche ich keine Aha-Regeln. Gut, aber es geht nicht immer. Und nach dem Pinkeln wasche ich mir die Hände, wobei ich da bei einigen manchmal auch skeptisch bin, wenn ich so an den Autobahnraststätten sehe, wer das alles nicht tut. Ja genau, genau, ja genau. Ja, aber das ist ja genau dieses, mein Gott, kann man das staatlich anordnen? Genau. Und kontrollieren. Genau, und es ist auch die Frage halt, wer lebt gesünder? Also jetzt mal unabhängig von der Autobahntoilette, da habe ich auch schon, da ist das so eine Grenz, grenzwertig. Aber was ist halt, also eigentlich vom Immunsystem her müsste man sagen, man sagt ja mal, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Also wenn es aber ums Immunsystem geht und kleine Kinder, würde ich sagen, spiel mit den Schmuddelkindern, weil der junge Organismus bekommt dann sehr, sehr viele Erreger präsentiert und gegen die er sich ja einrichten kann. Also wir leben ja schon seit Jahren, seit Jahrmillionen in dieser Welt und Hygieneregeln gibt es noch nicht so lange. Zumal meine Oma immer noch gesagt hat, Dreckscheuert den Magen, das war immer das, was ich zu hören bekommen habe, damit bin ich groß geworden. Dreckscheuert den Magen. Ist jetzt vielleicht salopp gesagt, aber ich, also die Biologie zeigt doch, dass, also wir haben eine sogenannte Co-Evolution hingelegt mit unseren Erregern auch. Das heißt also, wir sind hier, wir haben ein Recht erworben auf dieser Welt zu sein, weil wir, weil die Mikroorganismen und Viren sowohl als auch wir höhere Organismen leben ja miteinander und wir haben uns aufeinander eingestellt. Das war manchmal so das Hauptmotiv von Krieg der Welten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also in Orson Welles, dagegen ging es doch um diese dreibeinigen Riesenroboter da, die auf einmal die Welt beherrschen. Da war ja diese Radioübertragung in den 30ern, wo alle in den USA in Panik geraten sind. Da gibt es auch einen tollen Film und am Ende werden die ja nicht besiegt durch die US Air Force oder was auch immer, was immer gerne gemacht wird, sondern einfach schnöde Bakterien. Die werden halt einfach von Bakterien überfallen und dahingerafft, einfach weil sie sich das Recht nicht erworben haben, hier auf diesem Planeten zu leben. Es ist eine gute Idee. Also das heißt also, Keime als Feinde zu sehen, stimmt gar nicht. Also wir leben die ganze Zeit mit Keimen zusammen und ein Keim, der es fertig bringt, effektiv sein wird zu töten, tötet sich letztendlich selbst. Also er sägt sich ja den Ast ab, auf dem er sitzt. Das heißt also, die Evolution ist schon so eingenordet quasi, dass wir nur ganz wenige Keime haben, die uns wirklich gefährlich werden können. Das sind dann meistens auch Keime, die uns nicht als Hauptwirt haben, sondern halt, also die neben uns auch noch andere Wirte haben, die halt nicht so schwer befallen werden können. Also Ebola zum Beispiel wird ja auch über Primat noch übertragen. Also wenn es wahrscheinlich nicht so wäre, dann würde ich mal die These wagen, dass Ebola nicht so gefährlich sein könnte. Weil also wir sehen ja zum Beispiel, die Krankheit rötet dann halt ein ganzes Dorf aus und wenn du halt nicht innerhalb von einer gewissen Zeit dann dahin kommst, ist auch, also die Körper verlieren an Temperatur. Das heißt also irgendwann ist auch das Habitat für den Erreger nicht mehr vorhanden, dass er sich irgendwie vermehren kann und dann ist es vorbei. Und das ist ja eben genau das, was du eben sagst, es ist dieser unsichtbare Feind jetzt plötzlich, der da ist. Vorher war es der Terrorismus, jetzt sind es die Viren als Feind. Was die entscheiden aus, weil wir inzwischen über die Antibiotika da keine Angst mehr haben, also deswegen musst du jetzt einen neuen Feind schaffen. Dann nimmst du halt Viren zum Beispiel. Ja und wenn man ein Jahr lang eine Gesellschaft mit Angst befeuert, inklusive aller, die Alten, die Kinder, alle werden versucht unter Angst zu setzen, dann schaltet man auch so diesen gesunden Menschenverstand aus. Also ich meine, ich bin selber ein ängstlicher Mensch, also gewesen, ich werde immer mutiger, je älter ich werde, weil genau das, was du sagst, dieses irgendwie das Leben. Also Ken hat es neulich so schön mal in einem Gespräch gesagt, er hat gesagt, es kommt nicht darauf an, wie wir sterben, es kommt darauf an, wie wir leben. Ja und das Leben, also den Rücken gerade zu machen, in den Spiegel schauen zu können, das ist halt was, was für mich mittlerweile übergeordnet ist. Aber ich kann Menschen, die ängstlich sind, sehr, sehr gut verstehen, weil ich selber aus einer Generation komme, wo alles mit ganz großer Angst beladen war. Also ich bin immer auch mit Samthandschuhen quasi, also überall lauerten Gefahren und also ich weiß noch, dass wir teilweise, wenn Gewitter war, dann haben wir uns bei meiner Oma unten versammelt im Flur und dann wurden im gesamten Haus die Stecker rausgezogen, weil man also Angst davor hatte, wenn der Blitz einschlägt, dann könnten die technischen Geräte kaputt gehen. Ja, das war auch so. Ja, natürlich war das, aber trotzdem diese Angstkulisse, die da aufgebaut wurde, deswegen, also ich habe dann ganz lange Angst vor Gewitter gehabt, heute ist das anders, heute finde ich Gewitter total gemütlich und total irgendwie so. Ja, weil die Erfahrung dir sagt, dass der Blitz bei dir dann doch so häufig nicht einschlägt. Genau und das ist aber, das ist ja das große Ding, dass eben so diese Erfahrung, die kann man im Moment gar nicht machen oder die fehlt oder die wird einem auch nicht transportiert, vielleicht hauptsächlich über die alternativen Medien, aber eben nicht. Im großen Ganzen, was Viren eigentlich sind, dass also diese Angst, die da aufgebaut wird, in dieser Form auf jeden Fall nicht berechtigt ist. Ja, genau, das ist also irrationale Angst. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, also wenn ich jetzt draußen im Watt unterwegs wäre und ein Gewitter zieht aus, dann würde ich aber die Beine in die Hand nehmen. Ja, natürlich. Dann bist du der höchste Punkt und also der Strom sucht sich immer den kürzesten und leichtesten Weg, dann bist du halt derjenige, wo er einschlägt, mit hoher Sicherheit sogar. Aber hier, ein normales Haus oder in einer Häuserschlucht, also wirst du große Schwierigkeiten haben, dass du gerade vom Blitz getroffen wirst. Also ja, es tritt ein, aber selbst das ist noch nicht mal ein sicheres Todesurteil. Also es gibt ja viele, die hier vom Blitz getroffen wurden und dann trotzdem überlebt haben. Ja, genau, also das ist im Wesentlichen, aber zum Beispiel vor Blitz und Donner Angst zu haben, ist ja eine Urangst von uns. Das ist ja schon genetisch festgelegt quasi. Also gerade, ich mache ja auch gerne Filmmusik, also gerade wenn du sowas machst und mit solchen Ängsten lebst du ja. Genau, du bist auch Musiker. Ja. Komm ja auch später noch dran. Ja, zwei Fächer studiert, Biologie und Musik, auch noch nacheinander. Und ja, also gerade so solche Sachen wie diese akustischen Urängste, mit denen lebst du. Also wir haben so Geräuschkulissen, die uns Angst machen. Zum Beispiel irgendwelche metallischen Geräusche, metallisches Quietschen, metallisches Kratzen. Es entstehen sofort Bilder im Kopf, wenn du das sagst. Genau, also Terminator und solche Filme, die du esst und sowas natürlich. Oder du hast halt Jurassic Park, wo halt diese tiefen Frequenzen mit Subfrequenzen kommen. Das ist also der Angst vor Donner ist das natürlich. Also das hat immer was Mächtiges. Und damit kann man wunderbar spielen, natürlich mit den Ängsten. Und ist jetzt noch besser möglich, aufgrund der fortgeschrittenen Technik, als es vielleicht damals möglich war, als das Fernsehen noch in den Kinderschuhen war. Aber ja, es wird immer gesagt, man soll es nicht mit der NS-Zeit vergleichen. Also egal was ist. Also man soll damit sparsam umgehen. Ja, weil es eine Verharmlosung ist. Nee, ist es ja gar nicht. Also wir müssen ja nicht darüber reden, wie viele Millionen Menschen in der NS-Zeit zu Tode gekommen sind. Das haben wir ja im Hinterkopf. Das zweifeln ja auch gar nicht. Anderem geht es ja gar nicht. Aber was ich ganz gut finde ist, es ist ein ständiger Lackmustest. Also das ist auch die Frage, mit welchem Zeitpunkt vergleiche ich das? Vergleiche ich das mit 28, mit 29, 31, 32, 33 oder mit 45 oder mit 42, je nachdem. Und ja, also wenn ich jetzt eine Diagnose mache von einem Staatswesen und ich sehe das als Patienten sozusagen, dann hätte ich doch ganz gerne, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt Patient bin beim Arzt, hätte ich doch ganz gerne, dass der Arzt relativ frühzeitig meinen Krebs erkennt. Ja, und damit ich auch noch eine Chance zum Überleben habe. Also wenn jetzt, also das heißt also, wenn ich jetzt das Staatswesen vergleiche mit der NS-Zeit und ich komme zum Schluss, wir sind jetzt irgendwo bei 44 angekommen. Ja, dann wäre das ziemlich fatal. Dann würdest du sagen, okay, das also mit verglichen mit dem Krebs, der wäre der Patient jetzt also quasi so gut wie tot. Das heißt, man würde sagen, sie haben noch ein Jahr zu leben und dann kommt die Kapitulation und das war es dann, ja. Ja, und die Frage ist für mich also, okay, wo befinden wir uns jetzt? Befinden wir uns bei 33, 34 oder was in dem Dreh? Und was ist deine Antwort? Was ist dein, also weil ich... Gemischt. Also ich, es gibt ein paar Themen, da würde ich sagen, oh, oh, da sind wir schon ziemlich weit. Also diese... So dieses Denunzieren und dieses irgendwie den Nachbarn, also das merkt man ja schon irgendwie, man darf nicht mehr frei sagen oder man darf es schon noch, aber man überlegt sich, ob man es jetzt macht oder beziehungsweise welche Konsequenzen es hat. Weil eigentlich für mich eine Demokratie, also der Diskurs ist die Grundlage einer Demokratie. Also eigentlich müssen wir Demokraten auch aushalten, wenn jetzt extremistische Positionen gesagt werden und die müssten eigentlich auch öffentlich formuliert werden dürfen. Aber das ist ja heute überhaupt, überhaupt gar nicht mehr erlaubt, selbst wenn ich über einen Extremisten spreche oder über einen Radikalen spreche, nur als Berichterstatter, schon dann habe ich das Problem, dass ich eventuell Schwierigkeiten... In Kontaktschuld. Ja, mit dem Tagesspiegel dann Schwierigkeiten bekomme oder mit den ganzen anderen Schundblättern, die sich noch so hier inzwischen noch Zeitung nennen, aber inzwischen ganz was anderes sind. Also die haben ja irgendwie, wie soll ich das sagen, also ja genau, die sind ziemlich gleichauf mit dem Stürmer, würde ich sagen. Also die machen sich ja schon Konkurrenz mit dem Stürmer. Wobei das ein harter Vergleich ist. Das ist natürlich ein harter Vergleich, aber was ist... Ist er gerechtfertigt? Oder ist das auch polemisch? Also was ich schlimm finde, also Stürmer kennen wir alle, also schwerste Hetze gegen eine Bevölkerungsgruppe, vor allen Dingen Juden und mit massiven Konsequenzen kennen wir, sechs Millionen Tote oder... Und was haben wir heute? Inzwischen haben wir das ja sogar so, dass Leute als Antisemiten bezeichnet werden, die der jüdischen Gemeinden angehören. Also einer der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Das finde ich, die haben sogar eine relativ hohe Trefferquote. Also wenn ich jetzt mal aus meiner Wikipedia-Recherche da zitieren darf, da haben wir also diesen Felix. Da hat es doch tatsächlich geschafft, also gerade Juden anzugehen auch. Also zum Beispiel Niret Sommerfeld, israelisch-deutsche Sängerin, selber Jüdin, natürlich klar. Und sie wurde dann halt mit dem Begriff Antisemitismus in Verbindung gebracht über Bande. Dann haben wir den Professor Rolf Verleger, war sogar beim Zentralrat der Juden, also Abgeordneter beziehungsweise beigeordnet. So und auch mit dem Begriff Antisemitismus in Verbindung gebracht. Dann haben wir jetzt bei Ken Jebsen gesehen. Bitte? Dann Elias Davidsson. Ja klar. Ja gerade da bei euch diese... Genau, da haben wir jetzt ja gerade ein Verfahren, beziehungsweise er hat das Verfahren gewonnen. Wir haben ein bisschen mitgeholfen im Hintergrund. Und da war auch, also er auch Jude und wird mit dem Begriff Antisemitismus, Antizionismus, alles mögliche in Verbindung gebracht. Dann Ken Jebsen, ja, wusste ich, also ich habe es ein bisschen geahnt, weil ich mir so dachte, na, könnte es sein, wir kennen ja beide vielleicht ein bisschen besser als die Öffentlichkeit. Also bei der Biografie ist es doch nicht ganz unwahrscheinlich, dass da eventuell eine jüdische Vergangenheit dahinter ist. Und siehe da, prompt Volltreffer. Also wenn ich jetzt Henrik M. Bruder wäre, der das Ganze ja in die Wege geleitet hat ursprünglich, so sehe ich es zumindest, mit dieser Veröffentlichung und totalen Fehlinterpretation eines Postings von Ken Jebsen. Klar, also da würde ich mich jetzt im Grund und Boden schämen. Also vor allen Dingen, weil, wie ich jetzt von Elias Davidsson weiß, dass man als Jude schon gar nicht in der Diaspora schlecht über einen anderen Juden reden soll. Würde ich, also unabhängig davon, von der Religion auch mal sagen. Also es ist auch ein christliches Ding. Also es ist ja wurscht, wir haben ja denselben Wertehorizont. Das heißt also, ich rede nicht schlecht über jemand anders. Also du sollst kein falsches Zeugnis gegenüber jemand anders ablegen. Das ist ja genau das. Ja, am Ende fällt es ja immer auf einen selbst zurück. Und es ist ja auch dieses irgendwie, das was, also wir sind halt einfach Menschen. Ja, und das hat Ken ja auch immer in seinen, oder sagt ja auch immer in seinen Sendungen, meine Zielgruppe ist der Mensch. Und der Mensch ist ja erstmal so, dass man sagt, der Mensch ist einfach immer unterschiedlich. Also jeder Mensch ist einfach anders. Du bist so, Spock ist so, ich bin so, unser Bruder. Und jeder hat irgendwie was Gutes, was Schlechtes. Und man muss nicht alles mögen am anderen und man muss nicht alles toll finden. Und das geht uns, glaube ich, ganz genauso. Auch die, wie wir in den alternativen Medien jetzt viel unterwegs sind. Auch da gibt es viel, wo wir jetzt sagen, irgendwie finden wir nicht gut. Aber man, 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 deswegen bekämpft man das nicht. Nee, genau. Und das ist der große Unterschied. Wobei, wobei ich glaube, kämpfen irgendwann schon, bekämpfen weiß ich nicht, also kämpfen irgendwann schon im Sinne von Selbstverteidigung. Also auch Selbstverteidigung für jemand anders natürlich auch. Also jetzt, um zum Tagesspiegel zurückzukommen. Aber ich meine jetzt zum Beispiel die alternativen Medien untereinander gehen sehr, also wie soll man, so miteinander um grundsätzlich. Auch wenn sie aus teilweise völlig unterschiedlichen Meinungen, Richtungen vertreten. Und trotzdem ist da irgendwie mehr, nennen wir es mal so, mehr Herzebene drin. Da ist mehr, also mehr dieses, dieser menschliche Aspekt. Empathie, genau. Empathie. Das fehlt, glaube ich, auch bei den Leuten, die beim Tagesspiegel schreiben, gänzlich. Ich bin immer noch bei dem Thema. Also das mag jetzt viele Leute vom Tagesspiegel sehr hart sein, dass sie so verglichen werden mit einer Propaganda-Zeitschrift aus dem Dritten Reich. Aber es ist, die Züge sind doch da. Das heißt also, wenn ich dann die Begrifflichkeiten lese, da geht es immer um Corona-Leugner. Der Begriff ist schon denunzierend, weil ich wüsste keinen in der Demonstration, vielleicht mit wenigen Ausnahmen. Wo jemand das leugnet und sagt, das gibt es nicht. Die meisten. Das Virus gäbe es nicht. Also das habe ich so gut wie gar nicht. Also das wesentliche Merkmal der Demonstration war ja eben nicht, dass ja jemand die Existenz von einem Virus leugnet. Nonsens, grober Unfug, Covidioten, solche Begrifflichkeiten oder das ständige Nutzen von Kontaktschuld. Ein Hauptmotiv übrigens der NS-Zeit gewesen auch. Also nicht nur da, aber auch DDR. Also kann man sagen, es geht um totalitäre Regime, also um totalitäre Systeme. Und da gibt es einfach einige Merkmale, die mir einfach beim Tagesspiegel aufstoßen. Diese Zeitung hat sich gewandelt von einem respektablen Blatt zu einem Schundblatt, kann man nicht anders sagen. Aber das ist nicht passend, aber es ist halt meine persönliche Analyse dazu. Aber machst du jetzt nicht genau das, was du eigentlich an den anderen ablehnst? Also frage ich mich gerade, weil müsste nicht das Ziel sein eigentlich, also unser Format Fairtalk, was wir hier gegründet haben, haben wir gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen mit allen Menschen sprechen. Wir möchten den Diskurs wieder fördern. Und ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel bei einer Sendung auf Augenhöhe dich mit jemandem vom Tagesspiegel an einen Tisch setzen. Und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Wir laden die also ein, ja, und wir versuchen das auch immer wieder mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind nicht so groß, wir sind ein kleines Team, aber nichtsdestotrotz haben wir eine große Motivation und Power dahinter so. Bisher ist es uns jetzt nicht gelungen so, aber grundsätzlich dieses, das ist eben für mich genau die Frage. Also geht man jetzt, also schreit das nicht eher nach? Versucht doch einen Sebastian Leber zu kriegen. Ja, haben wir, oder sind wir dabei? Ja, genau. Also ich würde jetzt auf ein kühles Alster wetten, er wird absagen. Ja, also weil ich bisher die Leute immer so gesehen habe, ich ordne in eine bestimmte Kategorie von sogenannten Journalisten ein, die garantiert sich nicht stellen werden. Weil sie wissen, dass sie Mist geschrieben haben. Also wir wollen ihn gerne mit Robert Zibis zusammen an einen Tisch bringen von Ovalmedia. Das wäre unsere Wunschvorstellung. Aber auch wirklich, ja du lachst jetzt, aber das mag jetzt auch total naiv klingen. Entschuldigung, weil du bist schon wieder im nächsten Thema. Ich bin ja immer noch bei der Begründung beim Tagesspiegel. Warum halt dieser harte Vergleich? Das wäre jetzt zum Beispiel der Vergleich, also wir haben also von Sebastian Leber eine Serie von Artikeln, die nicht auf journalistische Arbeit abzielt, sondern auf die Zerstörung, auf die Zersetzung von Leuten. Das heißt also, ich versuche mit allen möglichen Assoziationen, die vielleicht presserechtlich gerade noch so als Meinungsäußerung durchgehen, aber die unter Missachtung sämtlicher Pressestandards stattfinden, versuche ich Leute herunterzuputzen. Es geht nicht darum, irgendjemanden aufzuklären über eine korrupte Sache, die da stattfindet, was ja üblicherweise vielleicht für investigative Journalisten das Übliche wäre, sondern ich versuche einfach nur eine Person platt zu machen, ihr die wirtschaftliche Grundlage zu rauben, sie medial einen Pranger zu stellen oder zu kreuzigen. Das ist der Hintergrund gewesen und deswegen halt dieser harte Vergleich, also dieser Artikel von Sebastian Leber, die hätten genauso gut in einer beliebigen Propagandazeitschrift aus der DDR oder so sonst wo stattfinden können. Das hätten die mit Kusshand wahrscheinlich genommen. Und das ist kein Journalismus, das macht man nicht. Also ich habe ja mal einen Artikel gemacht, der mir jetzt ja auch angekreidet wird. Das ist ja ganz interessant. Also übrigens auch immer wieder dasselbe Motiv dabei. Das heißt, ich habe damals diesen Volkslehrer, Nikola Lehrling, habe ich ja beobachtet von Anfang an, wo er auffällig war, weil er in eine Ruheminute reingesprochen hat bei so einer Veranstaltung. Das fand ich sehr interessant. Habe mich lange mit dem beschäftigt und relativ schnell aufgefallen, okay, also der ist jetzt so ein bisschen aus dem rechten Lager. Und ich selber bin ja auch irgendwie so SPD-Lager, grünes Lager, ehemaliges Grün, muss man einmal dazu sagen. Und fand das einfach interessant und habe halt einen Artikel geschrieben, auch deswegen, weil ich gesehen habe, dass die Presse es nicht schafft, diesen Fall objektiv darzustellen. Noch nicht mal die, die das Bemühen hatte, den Fall objektiv darzustellen. Also so ein Highlights waren zum Beispiel, dass da jemand geschrieben hat, ja, der Herr Lehrling, der hat jetzt ja einen YouTube-Kanal, nicht? Und ja, man hat ja auch das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber wenn er das jetzt auf YouTube verbreitet, das geht ja nun gar nicht. Das war so ungefähr Hintergrund, wo ich dachte so, aha, also die freie Meinungsäußerung ist ja immer die öffentliche freie Meinungsäußerung. Also das heißt, der Nikola Lehrling soll jetzt seine Gedanken irgendwie in sein Tagebuch schreiben, aber das ist ja keine freie Meinungsäußerung mehr, das ist ja Nonsens. Also das ist ja vollkommen antidemokratisch. Das waren so einige Punkte, die ich da abgearbeitet habe, das war einer der vielen Punkte. Und habe auch erwähnt, dass er natürlich ganz klar irgendwie so diesem völkischen, rechtsradikalen Lager irgendwie anhört. Inzwischen sagt er ja selber, das war etwas später, hat er das gesagt, öffentlich habe ich es mitbekommen, dass er sich selber als rechtsradikal bezeichnet. Also radikal im Sinne von Radix von der Wurzel her, um das Zitat vollständig zu machen. Und dann ist er jetzt auch, das ist mir jetzt so, glaube ich, 2018, 2019, habe ich das, glaube ich, mitbekommen, war dann halt auch irgendwie mit Leuten von der NPD unterwegs. Also eigentlich ein Lager, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Das Interessante ist, ich habe mich ja selber irgendwie in dem Artikel, ich habe es nochmal nachgelesen, jetzt auch für eine andere Sache, habe ich mich achtmal davon distanziert, inklusive der Fußnoten. Also das ist ja, wie bei mir üblich, so ein langer Fußnotenapparat dabei, um die Quellen zu bezeichnen. Und, aber das ist egal, wie oft man sich davon distanziert, es wird dann halt einfach so dargestellt, als ob man den halt gut findet. Das heißt also, du kannst mit solchen Assoziationen mit Personen, kannst du andere Leute fertig machen. Also es reicht ja, dass du dich einfach versuchst, mit einem sachlichen Artikel, mit einer Sache zu beschäftigen, den Artikel so schreibst, wie du dir einen Artikel wünschen würdest von der Presse. Und wenn das jetzt also kein Artikel ist, der mit Schaum vom Mund geschrieben ist, dann bist du schon verdächtig, dass du halt den Typen gut findest. Wann ist sozusagen diese journalistische Moral oder das, was ich als Journalist gelernt habe, also tief zu gehen, auch keine Scheu zu haben, mich eben auch mit Menschen zu beschäftigen, die ich nicht mag. Also empathisch zu sein, da wo es weh tut, eben nachzubohren, zu schauen, also wo ist das verloren gegangen? Also Dirk und ich haben jetzt ja gerade wegen des Falls von Oval Media, haben wir ja auch den Zoro Kenji interviewt. Und der hat eine authentische Art, er hat uns beiden authentisch, also wir halten das für wahrheitsgemäß, also klar gemacht, warum er mit dem Volkslehrer zum Beispiel auch ein Format gemacht hat. Also da gab es ja auch eine Sendung mit dem Anselm Lenz zusammen und dann haben die sich halt behakt. Also da hast du wirklich, also von dem ganz linken Lager jemand, von dem ganz rechten Lager jemand und die behaken sich da kräftig. Das ist ja eigentlich eine tolle Sendung gewesen. Und ich fand die Sendung auch sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne sie nicht von daher. Ja, ja, also da trafen halt die Weltanschauungen aufeinander und Dirk sagte dann ganz, ganz korrekt, also der Volkslehrer kam da so rüber, als ob er auch schon ganz schön viel Kreide gefressen hätte. Also jetzt wirklich so sehr, sehr harmlos. Und dann ist die Frage halt, was will er uns wirklich sagen? Aber genau solche Sendungen, das sind ja die Sendungen, die ich eigentlich machen muss. Und Dirk und ich sind eigentlich schon, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich glaube, dass es bei Dirk wahrscheinlich genauso ist. Dirk Pohlmann. Dirk Pohlmann, genau. Vielleicht, also der Gedanke von mir war jetzt, vielleicht sind wir auch schon so geeicht, dass wir da immer auf Hab 8 gehen, weil halt solche Zeitungen wie der Tagesspiegel da unterwegs sind, die ständig mit solchen Vernichtungsartikeln versuchen, Leute halt aus dem gesellschaftlichen Diskurs rauszukicken. Das heißt also, wir halten uns dann fern von irgendwelchen Rechtsradikalen, nur damit halt keiner auf die Idee kommt, uns mit denen zu assoziieren. Was soll das? Ist doch eigentlich Blödsinn. Obwohl ihr da quasi nur recherchieren wollt, beziehungsweise es verstehen wollt, was die antreibt. Ja, der Gedanke war halt, da ist ein Nachbar, den ich nicht mag und aus welchem Grund auch immer. Und der hat eine Reifenpanne und ich sage dann halt, also er fragt mich, ob man mal telefonieren kann und dann gebe ich ihm das Telefonialer nein. Das war ja auch bei Zorro Kenji die Sache. Also der Volkslehrer fragt bei ihm an, also mein Kameramann ist nicht gekommen, kannst du mal für mich die Kamera, also kannst du mal die Kamera halt mir ein bisschen hinterherlaufen? Und er sagt einfach, okay, der war bei mir in der Sendung, warum soll ich jetzt nein sagen? Also ich muss ihn ja nicht unbedingt mögen, aber ich mache das trotzdem einfach aus, ja, Hilfe. Also ich würde auch so jemandem helfen, Punkt aus, vorbei. Und das hat bei Dirk und mir so einen Denkprozess in Gang gebracht. Und da ist jetzt die Frage, ja, warum nicht? Oder, also zumindest, also ich habe da für mich noch kein Ergebnis. Auf jeden Fall ist die Frage, sind wir nicht schon so irgendwie eingenordnet worden durch irgendwelche Pseudopresseorgane wie den Tagesspiegel, der uns ständig in eine Richtung drängt, wo wir gar nicht hinwollen. Das ist ja auch keine Demokratie. Also wenn wir nicht miteinander leben können, also wenn wir nicht aushalten können, was der andere sagt, wenn wir Leute ausgrenzen, dann haben wir genau diese Spaltung der Gesellschaft und damit kann man eine ganze Menge machen. Also wenn ich mächtig wäre und möchte meine Macht ausüben, dann würde ich genau darauf hinarbeiten. Ja, aber guck mal, das ist genau dieses, das ist wieder, also klar, also ich kann das total gut verstehen, dass einen das also wahnsinnig triggert und auch wütend macht und man auch quasi natürlich sich auch wehren will. Und trotzdem ist für mich die Frage, ist Kampf die Lösung? Also ist sozusagen ein dagegen, also verstehe mich bitte nicht falsch, juristisch natürlich das zu machen, was notwendig ist. Dafür gibt es ein Grundgesetz, das ist ganz klar. Wenn mich jemand als irgendwas darstellt, wo ich sage, so Moment mal, dafür gibt es überhaupt gar keinen Beweis, dann würde ich mich auch juristisch dagegen wehren. So, das ist auch die, ne, so. Oder eben in diesem Falle wie bei Ovalmedia, das meinte ich ja. Also das heißt also, wir springen jetzt Ovalmedia zur Seite, einfach deswegen, weil sich da jemand vollkommen außerhalb der Regeln benimmt. Das ist nämlich der Tagesspiegel, beziehungsweise dieser Sebastian Leber. Also das ist dann halt sozusagen Selbstschutz. Aber das ist mir so, aber das ist so, ja, aber das ist auch so, wo ich so denke, also was ist dein Eindruck? Kommst du an der Stelle weiter? Ja, also ist nicht quasi die Lösung eher eine der Umarmungen, so nenne ich es jetzt mal? Hat nicht funktioniert die letzten Jahre. Ja, ich habe nochmal eine Zwischenfrage. Ist das jetzt wirklich zielführend, da den Tagesspiegel auch direkt als Überschrift zu nehmen, wenn es eben tatsächlich in erster Linie ein Sebastian Leber ist? Aber der Tagesspiegel hat ja mehrere Autoren in der Richtung. Also der Sebastian Leber ist jetzt das problematische Beispiel. Ja, aber besteht jetzt quasi der Tagesspiegel einfach so zum größten Teil aus solchen Aktionen oder ist das, wie ist tatsächlich der Anteil? Ist es zielführend jetzt auf den Tagesspiegel loszugehen oder wäre es zielführender, wirklich mit Herrn Leber ins Gespräch zu kommen? Hat den mal jemand angerufen und gesagt, Entschuldigung, können wir mal reden? Ja, da sind ja E-Mails gelaufen und die Antworten waren nicht besonders hoffnungserweckend, wenn man es mal so sagen darf. Also das ist schon, also mit jemandem ins Gespräch kommen, also dieser Sebastian Leber ist ja von der Art her ziemlich genau das gleiche Lager wie das, was in der Wikipedia auch unterwegs ist. Also das heißt, also ich kann ja da schon in so eine Gruppe einordnen, so dogmatisch agierende Leute und ich habe ja auch am Anfang in der Wikipedia, also das war ja auch ein ganz anderer Ansatzpunkt. Ich dachte, okay, das sind so ein paar verirrte Seelen, die da rumlaufen, die kann man schon wieder irgendwie das ins Lot bringen. Aber inzwischen merken wir ja, dass es halt nicht funktioniert. Also man kommt an die Leute nicht ran. Also wir haben Leute, die so in ihrem Weltbild verhaftet sind und die auch so ein verqueres Weltbild haben, die auch nicht demokratiefähig sind. Also einfach, weil sie halt noch nicht mal diskursfähig sind. Das ist ja das Problem. Also gerne, was du sagst. Nein, nein, pass auf, verstehe mich nicht falsch. Diese Sendung After Dark, deswegen heißt sie auch After Dark, also es geht ja mehr darum, auch um so die Zukunft, wie können wir das in Zukunft besser machen und was führt uns tatsächlich zum Ziel und was führt nur dazu, dass wir mehr von dem bekommen, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Deswegen ist da auch ein philosophischer Gedanke dahinter. Also deine, ich sag mal, Wut oder Aufgeregtheit oder deine, ja, wie kann man es bezeichnen? Also ich bin schon wütend bei solchen Sachen, weil ich ja sehe, dass da halt jemand vollkommen außerhalb dessen Arbeit ist, was man eigentlich machen sollte. Aber so aufgeregt, ja. Nein, ich kann das verstehen. Nee, ich bin eigentlich gar nicht mehr aufgeregt. Also inzwischen ist es ja so, wenn ich mich über alles aufregen würde, so richtig. Oh, nee, nein. Genau, das ist nicht gesund. Erstmal das, aber das ist ja auch nicht, ich rege mich ja nicht auf, weil ich weiß, dass es da nicht gesund ist. Es ist vorbei. Also inzwischen passt das. Also wie gesagt, ich habe ein sehr dystopisches Weltbild inzwischen. Vielleicht habe ich da auch so ein… Erklär mal jetzt für alle, die jetzt sagen, dystopisches Weltbild, das ist ein dystopisches Weltbild. Ja, also eine Utopie wäre ja, also eine Zukunftsvision, die sehr positiv ist. Also zum Beispiel, ach, zurück in die Zukunft. Also wo er dann halt in der Zukunft ankommt im Jahr 2015, glaube ich war das. Und dann fahren dann kleine Kinder mit dem Hoverboard durch die Gegend und der Wagen hat fliegen gelernt und alle fahren mit fliegenden Autos da und die Klamotten föhnen sich selber und so. Das sind doch alles sehr, sehr utopische Sachen. Oder halt zum Beispiel Star Trek, anders als Star Wars. Star Trek ist ja auch ein wunderbares utopisches Bild. Das heißt, also Geld ist abgeschafft in der Form. Jeder arbeitet, ja, also die Arbeitsleistung eines jeden wird halt nicht in Geld bemessen. Irgendwie funktioniert das ganze System. Wie genau, hätte ich gar nicht gewusst. Das ist ja die Lösung aller Dinge. Und das Ganze ist natürlich sehr in ein sehr positives Weltbild eingeordnet. Da gibt es übrigens eine tolle Szene von Spock noch. Also das ist ja mal hochphilosophisch, was die machen. Da ging es ja darum zum Beispiel, also Spock als... Also nicht unser Spock, sondern der Spock. Der Spock in Star Trek, genau. Da ging es halt darum, er ist ja so ein vollkommen rationaler Mensch. Und eigentlich könnte man sagen, der hat eine ganze Menge von dem, was wir heute diesen Transhumanisten zuschreiben. Also so von der Art her. Oder sagen wir mal von den Skeptikern. Also Leute, die halt sagen, Religion gibt es nicht. Alles ist wissenschaftlich, alles wird mechanistisch erklärt. Und es ist überhaupt keine Seelen in den Dingen drin, so eine Art. Und eine Sache war halt, dass er immer sagte, das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl des Einzelnen. Oder von Einzelnen. Und das ist glaube ich in Teil 3 gewesen. Und da war es so, dass er gestorben ist. Und die haben also irgendwie versucht, den halt wiederzubekommen unter Einsatz des Lebens der gesamten Crew. Also einen Einzelnen. Und das Ganze endet dann damit, dass er dann halt irgendwie am Ende die Crew wieder trifft. Und also unter den Lebenden ist offensichtlich. Genau. Und noch so eine leichte Amnesie hat. Und dann fragt er, ja, also geht auf diesen Captain Kirk zu und sagt dann, ja, ich weiß, sie haben mich gerettet, aber warum? Und dann kommt halt der Spruch, ja, ja, weil das Leben eines Einzelnen genauso viel wiegt wie das Leben von vielen. Und das ist halt, das ist also, das ist Utopie. Das heißt also, das wäre übrigens auch verwirklicht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist also quasi das Gleiche. Das heißt also, wir können nicht aufwiegen, dass das Leben von wenigen das mit dem Leben von vielen, das geht nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Das ist also quasi ein Paradoxon, was du in der Demokratie nicht lösen kannst. Also das war, glaube ich, auch bei euch in der Sendung mit dem, wie hieß er nochmal, der Rechtsanwalt, nicht Ralf Ludwig, sondern... Sattelmeier. Dirk Sattelmeier, genau. Ja, diese Nummer da mit dem Abschluss. Mit dem Flugzeug, das ist das klassische Beispiel, das darf ich nicht machen. Also das ist eine Situation, egal wie du handelst, du handelst immer falsch. Also schießt du sie ab, schießt du sie nicht ab, die Maschine. Das ist halt, du kommst da aus dieser Zwickmilieu kommst du nicht raus. Und schon gar nicht darfst du ein Gesetz machen in der Richtung, dass man sagen kann, okay, da kommen jetzt zehn zu Schaden, da hinten kämen tausend zu Schaden. Deswegen kann ich die zehn jetzt erstmal beseitigen. Damit die tausend überleben. Genau, richtig. Das ist übrigens ganz klar faschistisches Gedankengut. Also das heißt also, egal ob es stimmt oder nicht, ich behaupte einfach, dass die Juden irgendwas machen würden. Und das sind halt die wenigen, die muss ich jetzt beseitigen, damit halt der Volkskörper, also das wieder der Vergleich mit der NS-Zeit. Das heißt also, für mich ist das eine Blaupause. Also wenn ich sowas sehe, dass ja jemand mit solchen Gedankengängen kommt, dann gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Das muss auch so sein. Das heißt also, wir sind ja als Deutsche eigentlich, ich will das sogar als Vorteil sehen, dass wir diese Geschichte haben. Also das heißt, wir sind auf Hab 8 getrimmt. Wir haben ja alle diese NS-Zeit in der Schule gehabt. Das könnte auch falsch verstanden werden. Ja, jetzt musst du mich weiterreden lassen, ansonsten kommt die Pointe ja nicht. Das heißt also, wir haben ja alle diese NS-Zeit in der Schule durchgenommen. Und wissen ziemlich genau, also wir sind gute Diagnostiker. Also wir wissen ziemlich genau, was darauf hindeutet, was könnte da so hingehen. Das heißt also, wir merken sowas schon sehr, sehr früh in sehr frühen Phasen. Deswegen vorhin mein Vergleich, also sind wir jetzt hier 28, 29, 30, 31, 32 oder 33. Also wir merken in sehr frühen Phasen, wann so etwas in Richtung Nationalsozialismus geht. Und deswegen würde ich immer erwarten, dass also wenn jemand Alarm schlägt, das könnte jetzt hier faschistische Tendenzen annehmen, dann wird das wahrscheinlich jemand aus deutschen Landen sein oder aus Österreich oder so eine Richtung. Also die Leute, die halt damit aufgewachsen sind, dass es da eine Gefahr gibt. Und zum Beispiel solche Themen wie, in Dänemark war das glaube ich, darf das Militär bei dir zu Hause die Tür eintreten und dich zwangsimpfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich hoffe, ihr korrigiert mich jetzt. Ja, das ist irgendwann mal als Meldungen durchgegangen, aber auch, also habe ich jetzt quasi lange nichts mehr von gehört. Weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Es gibt da ja auch in dem Bereich echt unglaublich viel, wo man sagen muss. Also ich habe mich jetzt gerade irgendwie, habe ich irgendwie ständig irgendwelche Mails beziehungsweise Informationen bekommen zu diesen Morgelons auf irgendwelchen Wattestäbchen oder so. Das sind irgendwie so kleine Parasiten, die angeblich auf diesen Teststäbchen sein sollen. Dann hieß es aber wieder irgendwie, das ist alles Panikmacherei, stimmt nicht. Und also es gibt einfach so Themen, wo du auch sagen musst, okay, jedes Thema an und für sich ist ein Thema, wo du dich so tief rein recherchieren müsstest, dass du die Zeit dazu überhaupt gar nicht hast und da ist auch viel, viel Panikmacherei von der anderen Seite dabei und da ist auch viel Schwachsinn dabei, um es mal deutlich zu sagen. Also lass es mal im Hypothetischen, also wenn sowas ist, also dass irgendwie jemand hören würde, wir wollen jetzt einführen, dass man bei Ihnen zu Hause zwangsweise eindringen kann und Sie dann halt irgendwie impfen kann. Also das Militär darf bei Ihnen eindringen, darf Sie zwangsweise impfen. Dann würde ich als Deutscher sofort sagen, Moment, Einsatz der Bundeswehr im Inneren für polizeiliche Aufgaben, dann Zwangsimpfung, also Unversetter des Körpers, das heißt, oder da gehen bei mir gleich mehrere Alarmglocken an auf einmal. Und das ist glaube ich bei uns eine Besonderheit, das heißt also wir reagieren da sehr, sehr allergisch auf solche Sachen, wenn halt da die Grundrechte angetastet werden. Deswegen meine ich, das meinte ich mit Vorteil, das ist ein Vorteil für uns, weil wir da eine sehr, also wir sind ja sehr feinfühlig geworden bei solchen Sachen. Es gibt andere Länder, die sind da weniger feinfühlig. Also zum Beispiel, mich wundert immer, was in den USA zum Beispiel für Filme gesendet werden dürfen. Und das finden die dann ganz toll, also zum Beispiel, was nehmen wir denn mal, so einen Kultfilm in Anführungsstrichen halt irgendwie, wie hieß das nochmal, Starship Troopers oder was in der Richtung da. Der ganze Film ist durchsetzt mit Nazi-Symbolen, aber anscheinend merken das in den USA die Leute nicht. Also du guckst das als Deutscher und denkst, um Gottes Willen, was ist das denn? Oder auch auf Star Wars, die ersten Filme, die waren also alleine schon von den Uniformen her so gebaut, also dass man so sagt, das kommt auch stark bekannt vor. Das Ganze hat auch sehr starken Nazi-Charakter, also quasi wie Nazis im Weltraum, also so ungefähr. Aber es gibt Leute, die anscheinend, die sehen es nicht, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, die sehen das schon, das unterstützt ja die Aussage, also oder auch die Eindeutigkeit des Bösen. Ja klar, genau, richtig. Und wenn halt Filme über Nazis gemacht werden, immer mit so einer Art, das sind ambivalente Filme meistens, diese amerikanischen Filme, die sprechen dann halt auch immer sehr viele positive Eigenschaften dem zu. Die kriegen dann zwar am Ende des Films immer den Hintern voll versohlt, aber am Anfang doch schon, also immer überlegende Technik und dann halt doch immer irgendwie so dieser Volkskörper als etwas Positives auch noch dargestellt. Und also man spürt in vielen dieser Filme schon fast so eine stille Verehrung. Aber wenn ich mal sagen würde, wenn das jetzt irgendein deutscher Filmemacher gemacht hätte, der wäre ja seines Lebens nicht mehr froh geworden. Also den hätten sie gesteinigt. Also nur mal so als Hinweis, also gerade so die Serie, das Boot, was damals gelaufen ist, also wie viele Schwierigkeiten dieser Film hatte, obwohl der eigentlich ziemlich, also von der langen Version, ziemlich originalgetreu halt oder versucht hat, das zu beschreiben und schon gar nicht glorifiziert hat die Zeit, haben wir doch da immer diese Glorifizierungstendenzen. Und bei den amerikanischen Filmen, man sagt so, um Gottes Willen, also das geht mir zu weit. Und das meinte ich halt mit Diagnostik. Also wir sind, glaube ich, ziemlich gute Diagnostiker, wenn so ein Staatswesen abrutscht in eine totalitäre Struktur. Aber das geht ja ganz vielen nicht so. Also das ist ja, wir haben ja, also meine Wahrnehmung ist, möglicherweise sind ja vielleicht auch wir da einfach nur in unserer Blase. Also weil so jetzt, wenn du irgendwie in Hamburg unterwegs bist, wenn Menschen ins Gespräch kommst, die würden ja, wieso, was hast du denn, du kannst dir sagen, was du willst. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Pandemie, da müssen wir uns halt alle irgendwie ein bisschen zusammenreißen. Wir haben das Internet. Durch das Internet kann jeder irgendwie frei seine Meinung äußern. Da muss man ja auch mal sagen, das wäre ja so vor 20, 25 Jahren in der Form auch noch nicht möglich gewesen. Also da brauchtest du ja irgendwie, wenn du einen Sendebetrieb aufgebaut hast, irgendwie Lizenzen von Landesrundfunkanstalten und so. Und ich meine... Heute vielleicht wieder, ne? Ja, na klar, aber ich sage mal so, grundsätzlich ist es ja so, dass man jetzt also erstmal nachvollziehen kann, dass jemand diese Vergleiche für komplett übertrieben, absurd, verharmlose und was auch immer. Gut, du kannst deine Meinung sagen. Gut, dann sag doch einfach mal, dass Lee Harvey Oswald mit hoher Sicherheit nicht den JFK erschossen hat. Dann sag doch einfach mal, dass es ein Programm gab innerhalb der westlichen und östlichen Staaten, was, sagen wir mal, eng verwandt ist mit dem, was der Dr. Mengele gemacht hat und noch weit drüber hinaus geht, siehe Mängel des Erben, also Dokumentation von Dirk Pohlmann. Also da wird dir richtig schlecht bei, wenn du das siehst. Dann behaupte doch einfach mal, dass es da Forschung gab, dass man ethnische Gruppen durch Kampfstoffe also beseitigen kann in diesem Zusammenhang. Behaupte doch einfach mal, dass bei 9-11 irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Also dass die offizielle Variante, die uns allen verkauft wurde, dass die auf gar keinen Fall stimmen kann, so wie sie gewesen ist. Und Aufhänger ist zum Beispiel das WTC 7, so, also das World Trade Center 7. Das ist das dritte Gebäude, das... Ja, genau, was im freien Fall für 2,25 Sekunden zu Boden gegangen ist. So, und behaupte das einfach mal oder behaupte einfach mal, was haben wir denn Jungs gehabt? Also es sind so viele Sachen, die jetzt passiert sind, die du einfach nicht behaupten darfst, ohne dass du zum Beispiel vom Tagesspiegel angegriffen wirst. Doch der arme Tagesspiegel, der wird jetzt... Aber du darfst es behaupten. Ja, aber du hast die Konsequenzen zu tragen. Nämlich, dass du danach politisch isoliert wirst und im Zweifelsfall deine Anstellung verlierst und dass du wirtschaftlich ruiniert wirst. Das ist der Punkt und das darf nicht sein. Also wenn eine Demokratie nur das ist, dass ich alles mögliche behaupten darf, danach aber medial geschlachtet werde, das ist keine Demokratie. Wo sind wir denn hier? Das heißt, die Meinungsfreiheit alleine reicht nicht. Es müsste eine Verpflichtung geben, die Meinungsfreiheit zu verteidigen und zu schützen. So war es eigentlich auch gedacht. Ich dachte, ich hätte das in der Schule so gelernt. Genau. Also ich habe als Lehrer und als Beamter, also egal ob ich angestellt oder Beamter bin, ist eigentlich das Gleiche. Als Lehrer habe ich die Verpflichtung, das Grundgesetz zu leben und zu verteidigen. Ein bloßes Lippenbekenntnis reicht nicht aus. Das ist das Verfassungsgericht. Deswegen auch diese Remonstrationspflicht. Genau, ja, ja, aber das mach mal, dann hast du ein ganz großes Problem. Kurze Erklärung, weil das auch viele nicht kennen, Remonstrationspflicht. Als zum Beispiel Polizist oder als Lehrer hast du eine Remonstrationspflicht, wenn dir Anweisungen, die von oben kommen, als nicht verhältnismäßig erscheinen. Nee, 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 wenn sie offensichtlich verfassungswidrig sind. Also wenn, dann musst du, das Problem ist aber halt, das ist glaube ich auch gar nicht genau geklärt. Das ist genau so ein Paragrafen wie dieser Widerstandsparagraf. Widerstandsparagraf, weißt du, der steht zwar auf dem Papier, aber wehe dem, der kommt zur Anwendung. Paragrafen 20 ist das glaube ich, Absatz 4 oder so. 20, Absatz 4, genau. Widerstandsrecht. Genau, also erst wird festgelegt, was die Demokratie ist. Alle Gewalt geht vom Volke aus und dann, wenn jemand versucht, diese Gewalt zu beseitigen, dann hat jeder deutsche Bundesbürger das Recht auf aktiven Widerstand. Dann streiten sich noch die Geister, was ist denn jetzt aktiv. Ja, und das heißt also, das sind alles Artikel, die sind schön und gut, aber wehe dem, sie treten mal ein. Das heißt also, wenn ich das anwende als Betroffener, dann habe ich mit Sanktionen zu rechnen. Das sagt keiner, da klopft dir keiner auf die Schulter und sagt, ey, das hast du gut gemacht. Also gut, dass du bei uns mal drauf aufmerksam gemacht hast, das stimmt ja alles gar nicht oder sowas. Nee, nee, dann ist man derjenige, der aus dem Kader ausschert und da sind wir schon wieder im Faschismus. Also jetzt halt nicht NS-Zeit, sondern einfach nur ganz neutral, was ist Faschismus. Also fast ist vom Bündel her, ich schere aus der Gruppe aus und mache etwas, was der Gruppe zuwider läuft und das finden die dann total doof und schließen mich im Zweifelsfall aus. Ist das sozusagen quasi das Ergebnis, dass wir als Gesellschaft uns auch jahrzehntelang um Freiheit grundsätzlich nicht wirklich Gedanken gemacht haben, dass wir sie nicht genügend gelebt haben, dass wir die Verantwortung zu sehr abgeschoben haben und gesagt haben, ja komm, hier die Politik, die macht das schon irgendwie und wir haben ja eine Demokratie, also von daher, was soll da schon schieflaufen? Ich muss mich nicht einbringen. Genau, also ich habe ja so ein Format jetzt mal aufgemacht, also das war jetzt auch im Zuge der Pandemie, das heißt Moment mal. Und habe das ja auch dann aufs Korn genommen, genau das. Da habe ich glaube ich einen Satz mal gesagt, also der Satz heißt ja, wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf. Und ich würde sogar noch etwas weiter gehen, ich würde sagen, die Leute, von denen du jetzt redest, die wachen auch noch nicht mal auf. Die verpennen doch glatt noch die Diktatur. Also die pennen so tief, die kriegen gar nichts mit. Die würden noch nicht mehr erkennen, dass das eine Diktatur war. Die würden einfach weitermachen. Wie korrespondiert das jetzt mit deiner Wahrnehmung, dass wir da besonders sensibel sind als Deutsche, wenn es doch genügend gibt? Ja, ich habe das auch irgendwie, ich höre das immer wieder. Vor einem Jahr hat mir ein Freund gesagt, naja, wir müssen jetzt mal drei Wochen eine Maske tragen, das ist doch nicht so schlimm. Na ja, die Frage ist halt nicht, dass das alle Deutschen machen, sondern ich würde jetzt die Behauptung, die ich aufstellen würde, präziser würde ich sagen, also wenn das jemand macht, also wenn du irgendjemanden hörst, der halt da auf einmal Alarm schlägt, dann ist es gerade bei solchen Themen sehr wahrscheinlich, dass es halt ein Deutscher sein sollte. Also ich würde es mir vielleicht wünschen, aber das war auch bei meiner Beobachtung. Also das halt, wie war das, das war irgendjemand, der zuletzt beim Corona-Ausschuss war, der meinte halt, es geht um Moralkompetenz. Und da war das genannt. Also ich glaube, er meinte selber, dass es glaube ich nur ein Drittel gibt oder 20 Prozent, die wirklich Moralkompetenz besitzen, die man auch erlernen kann und die anderen halt nicht. Aber halt, was machen die 20 Prozent? Und da würde ich sagen, dass das ist halt bei uns vielleicht, was diese staatliche Organisationsstruktur anbelangt, also gerade mit dem Thema Faschismus, da sind wir mehr auf Habacht geschult als andere Länder. Die würden das gar nicht merken. Warum fällt uns das so schwer, quasi einzugestehen, dass unser Weltbild, das wir jahrzehntelang hatten, nicht passt? Dass das abgehängt werden und gegen ein anderes ausgetauscht? Also andersrum irgendwie eine... War das bei dir? Bei mir war das, also mein Aufwachmoment war auch tatsächlich Daniele Ganser. Also das war ein bisschen früher, aber fast zeitgleich. Also bei mir war das 2014. Und Entschuldigung, um das noch zu sagen, Daniela habe ich bei Ken zum ersten Mal gesehen und Ken habe ich empfohlen bekommen, das habe ich auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt, von einem Straßenmusiker, den ich in Dresden kennengelernt habe, der mir Videos von Ken geschickt hat. Ich natürlich bei Wikipedia geguckt, irgendwie Ken Jebsen und dachte nur, was schickt der mir da für einen komischen... Rechtsradikaler, Verschwörungstheorien. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gedacht, die Wikipedia ist ein demokratisches, organisiertes Instrument, um Wissen so möglichst vielfältig in die Welt zu bringen. Und ich habe also viel bei Wikipedia mir angeschaut und bin dann aber eben über ein anderes Video, was ich dann von Ken entdeckt habe, nämlich einen Vortrag an einer Waldorfschule in Überlingen. Da hat er einen einstündigen Vortrag gehalten, den ich mir angeschaut habe und gedacht habe irgendwie, also das kann auch kein rechter Spinner sein. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, sag mal, würdest du mir mal einen Gefallen tun und dir das mal mit mir zusammen angucken? Und eigentlich ist es so, wenn ich sage, lass uns mal was zu sagen, sagt sie schon und geh mir weg, also ne, ich schon wieder irgendwie... So und dann habe ich, nee, komm bitte, lass uns das einmal zusammen angucken, ich möchte gerne mal irgendwie deine Einschätzung haben, bei Wikipedia steht das und ich nehme diesen Vortrag aber als etwas wahr, was ich irgendwie schon seit langer Zeit denke, fühle und das war so Gesellschaftskritik, einfach geballt in einer Stunde, so wie Ken halt ist, zusammengefasst. Das ist aber nicht jetzt auch rechtsradikal oder was? Ja, und dann, nein, aber vor allem auch, weil ich auch dachte irgendwie und dann an der Waldorfschule, also ich finde Körper, Geist, Zähle, das ist sowieso alle rechtsradikal. Nein, 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 überhaupt nicht, sondern meine Kinder sind in den Waldorfkindergarten gegangen, gehen auf eine Waldorfschule, also von daher war das für mich so dieser Moment und über das habe ich dann eben zum ersten Mal Daniele gesehen, 9-11 mich damit beschäftigt und muss aber parallel sagen, dass ich da auch schon irgendwie so, ja, also ich kam, kam in das Thema auch rein, weil durch eine chronische Erkrankung eines meiner Kinder habe ich halt angefangen, mich parallel mit Pharmaindustrie zu beschäftigen und das passte dann irgendwie plötzlich so wie so ein Puzzle zusammen, dass ich dachte, okay, da auch und okay, in dem Bereich auch und also, da ist mein Weltbild eigentlich gecrashed und ich habe angefangen, es durch ein anderes zu ersetzen. Und es wird irgendwann mal einen Moment gegeben haben, wo du wirklich, also bitterlich geweint hast. Ja. Ja, bei mir auch. Also das ist ein Moment, den nicht alle Leute zulassen. Also das ist, also jetzt, also ich kann das jetzt, also da habe ich ja damals nicht drüber nachgedacht, aber jetzt in der Retrospektive und von dem, was ich von anderen Leuten höre, würde ich sagen, das lässt nicht jeder zu. Bei mir war es halt 2014, 2015, irgendwo dazwischen, ich weiß noch mal nicht mehr genau, wo das war. Also die Reihenfolge war halt, ich sah halt erst irgendwann mal diese Montagsdemos, die neuerlichen Montagsdemos. Da war auch kein Jebsen dabei, da war ein Andreas Popp dabei, alle möglichen Leute. Ich glaube auch den Jürgen Els, das habe ich da auch gesehen, damals noch nicht so auffällig, wie er heute war. Und ja, alle möglichen Leute, da war auch noch dieser Lars Mehrholz, der das Ganze organisiert hat. Und ja, und ich habe das gesehen und dachte so, aha, interessant. Also das waren ja alle möglichen Themen, es ging vor allem auch um Wirtschaft, habe ich mir sehr interessiert angehört an den wirtschaftlichen Teil. Und dann plötzlich tauchte halt im Kulturstudio, nee Kulturzeit, bei Dreisert war das, da tauchte das auf bei der Kulturzeit mit dieser Jutta von Dittford oder Jutta Dittford, wie sie es neuerdings nennt. Und das hier ist alles rechtsradikale antisemitische Spinner sein, so Salopp mal gesagt, also Verschwörungstheoretiker sagte sie, glaube ich. Und da hatte ich also sozusagen den Vorteil, dass ich das über YouTube gesehen hatte, damals gab es noch keine Zensur der Videos auf YouTube. Und dann hatte ich meinen eigenen Einblick, der ja unkommentiert war über Stunden und dann halt diesen Kommentar von ihr, das passte gar nicht zusammen. Das hielt ich damals noch für einen Unfall, also kann ja mal passieren, dass da jemand so ein bisschen außerhalb der Spur läuft. Und dann habe ich mich natürlich, weil ich ja dann gesehen habe, da gibt es alternative Medien, habe ich mich natürlich informiert und immer mehr Videos geguckt. Und dann habe ich irgendwann von Daniel Ganser auch ein Video gesehen, das war das nächste, das war das Video, wo er über NATO's Day Behind Armeen gesprochen hat. Das Video ist, glaube ich, gekennzeichnet, dass es immer so einen großen Bildschirm gibt und er mal so in einem kleinen Bildschirm gesprochen hat. Und das war für mich auch so ein Ding, wo ich sagte, bitte, Geheimarmeen. Ich dachte immer, die Exekutive muss mindestens von den legislativen und judikativen überprüft werden können, aber ne, ist ja gar nicht, was ist denn hier los? Gibt es ja gar nicht, es geht ja gar nicht für einen Demokraten. So, und dann habe ich mich über Daniele informiert und der Rest ist bekannt. Das heißt, also dann, also die Diskrepanz zwischen dem, genau wie bei dir, zwischen dem, was ich gesehen habe und zwischen dem, was an der Wikipedia stand, war frappierend. Dann war klar, in der Wikipedia läuft irgendwas schief, also die stellen den anders dar, als er in Realität ist. Dann habt ihr diesen Film gemacht, die dunkle Seite der Wikipedia? Das ging von mir aus, also das heißt, ich habe ja diesen Film angefangen, beziehungsweise ich habe recherchiert und dann war ein sehr guter Bekanter, das ist der Frank-Michael Speer aus Hildesheim. Der hat ein Tonstudio, ich bin ja selber auch Musiker mit Tonstudio und daher kannten wir uns. Dann haben wir das beide zusammen gemacht und weil er auch ein Interesse daran hatte und hat dann mitgeholfen, das war auch so, also für so einen Zero-Budget-Film immer sehr schön, wenn man zu zweit wenigstens arbeiten konnte. Also die meiste Arbeit, also was so jetzt Recherche anbelangt, das habe ich gemacht und er war mit der Technik mit dabei, hat die Zitate gesprochen. Das war auch ein Riesenaufwand für ihn auch, weil es wirklich viel, viel Holz war. Ich glaube, das Skript hat 185 Seiten oder sowas in der Richtung. Wahnsinn. Mit einer Latte an Fußnoten, ich glaube 200 Fußnoten pro Film sind das immer ungefähr. Ja und den Film habe ich gesehen und da war bei mir dann auch noch so dieses, ja gut, das ist wahrscheinlich auch ein Einzelfall. Ja, das dachte ich auch noch. So habe ich den Film ja gemacht. Mein Gott, weil ich meine verrückte Idioten oder Leute, die irgendeinen Mist schreiben, die gibt es ja überall. Die hat man immer in jeder Situation, in jeder Gruppe sind irgendwo, ich glaube, das wurde sogar mal untersucht, dass irgendein Wissenschaftler, ich weiß jetzt nicht, wer es war, mal gesagt hat, irgendwie, ich glaube, in jeder Gruppe Mensch sind immer 20% Idioten oder so. Ich würde sogar weitergehen, also ich glaube, es geht nicht um 20%, es geht um einen ganz geringen Prozentsatz. Und die Wikipedia hat, also, ich spüre nochmal zurück, also die Wikipedia, so wie ich sie damals wahrgenommen habe, war halt so, dass ich dachte, okay, das sind jetzt ein paar Leute, die jetzt im politischen Bereich da manipulieren, das sind ein paar ganz wenige, wenn die restlichen Leute aus der Wikipedia darauf aufmerksam werden, dann wird sich das schon regeln. Ja, Pustekuchen, also dann findest du raus, dass die Wikipedia eigentlich im zentralen Bereich, also im Inner Circle, besteht nur aus solchen Leuten. Die haben, also in der, also Wikipedia intern heißt das dann Man on a Mission, ja, also das heißt, das sind Leute mit einer Mission, das sind Dogmatiker. Und das sind die Leute, die halt die Wikipedia bestimmen im Deutschen, im Englischen aber genauso. Also wir arbeiten im deutschen Bereich, die Helen Bonisky hat das für den amerikanisch-englischen Bereich aufgedröselt, ist die gleiche Geschichte. Okay. Okay, also das sind also ein bestimmter Typ von, ein Typus von Mensch, der seine Befriedigung daraus zieht, dass er andere Leute runterputzen kann, dass er Macht ausüben kann. Also die Wikipedia ist so gestaltet, dass sich diese Leute da anhäufen. Das sind früher die Leute gewesen, die einen nicht haben abschreiben lassen. Nee, nicht unbedingt. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Also es sind die Leute gewesen, die daran Freude empfunden haben, vielleicht, dass du leidest. Ja. Und dann halt, ja, also wir sind schon fast bei Freud, ne. Also ich überlege mir mal, was ist da los mit den Leuten, ne. Also es betrifft ja nicht alle, aber vielleicht einige wenige von denen, ne. Und die Frage ist, warum machen die das? Also ich, ich habe kein Interesse daran. Also ich ziehe da keine Freude daraus, jemanden leidend zu sehen. Oder Macht auszuüben. Liegt mir nicht. Da müsste man jetzt einen Traumaforscher fragen. Ich glaube, der könnte eine Menge dazu sagen. Das ist quasi irgendwie ein Mangel an Eigenliebe, ein Mangel an Liebe grundsätzlich. Am Ende geht es ja immer nur um Anerkennung und Liebe. Wenn man dazu wenig bekommt, dann wird man vielleicht einfach zum... Dann kompensierst du, also du versuchst da zuerst zu kompensieren. Das heißt, also du willst Anerkennung, Liebe, also Partnerschaft. Du willst Geld und Macht haben. So. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Und wenn du das nicht bekommst, dann versuchst du zu kompensieren. Wenn du nicht kompensieren kannst, landest du bei Freud auf der Couch. So war, also das war ungefähr so seine Aussage, ne. Da meint er noch, dass wir Musiker ein ganz besonderes Völkchen wären. Also dass wir quasi uns selbst kurieren könnten, indem wir nämlich quasi, also wenn wir weder Macht noch, Geld noch, noch, noch Liebe noch, noch Anerkennung hätten, dann würden wir uns quasi auf die Bühne stellen und darüber singen, dass wir weder Macht noch Liebe noch Geld noch Anerkennung haben. Dann fliegen sozusagen die BHs auf die Bühne und das Geld natürlich gleich mit dazu. Und dann haben wir alles gleich. Was ihr haben wollt. Genau. Okay. Und meine Vorstellung ist jetzt so ganz küchenpsychologisch, dass nicht alle, aber einige, die in der Wikipedia schreiben, vielleicht unter diese Kategorie fallen. Die versuchen zu kompensieren. Das heißt also, sie kompensieren in der Wikipedia das, was sie im realen Leben denken, nicht zu haben. Heißt ja noch nicht mal, dass sie es wirklich nicht haben. Es reicht hinunter, dass sie vielleicht so ein Weltbild von sich selber haben. Und das heißt also, keine Macht und Wikipedia ist ein Instrument zur Machtausübung. Und auch gerade dieses Thema, jemanden zerstören, jemanden zersetzen, jemanden wirtschaftlich zu schaden, haben wir jetzt dabei zum Beispiel bei Felix nachgewiesen. Das hat das Gericht ja gesagt. Der Prozess wurde ja auch gewonnen. Der hat Elias Davidsson gewonnen, genau. Richtig. Und da wurde auch, glaube ich, sogar Schmerzensgeld gezahlt. Das allererste Mal in der Geschichte weltweit, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das war bei uns auch neu, aber das ist anscheinend wirklich so. Also Elias Davidsson ist der allererste Fall, wo ein Wikipedianer immateriellen Schadensersatz leisten musste, also Schmerzensgeld, wie du es nennst, weil er über die Stränge geschlagen ist. Aber da sieht man, an der Stelle funktioniert das Gesetz, das Grundgesetz. Und nachdem wir, also Dirk und ich und ich am Anfang alleine, also der Felix, der dafür verantwortlich ist, der heißt ja anders, Jörg Matthias Grünewald. Jörg Matthias Claudius Grünewald. Wir wollen schon vollständig bleiben. Darauf besteht er auch, weil nämlich der Richter hat auch einen Namen vergessen, woraufhin er dann sehr süffisant kommentiert hat, genau, Entschuldigung, woraufhin er sehr süffisant kommentiert hat, dass der Richter doch quasi keine Ahnung hätte so ungefähr. Ja, also diesen Namen findest du nicht einfach so raus. Das heißt, also aufmerksam wurde ich mit Katrin McLean, glaube ich. Die hatte auch Schwierigkeiten mit dem, weil die hier in Hamburg auch an so einer Montagsdemo teilgenommen hatte. Da hat er auch schon ihren Artikel verunstaltet. Und die hatten wir auch schon im Interview, eine Autorin, die... Ja, ja, genau. Also es ist eine sehr sympathische Autorin, die halt auch Schwierigkeiten damit hatte, weil sie halt friedensbewegt ist. Also der hat irgendwie Schwierigkeiten anscheinend mit friedensbewegten Leuten. Elias Davidson ist ja auch in der Friedensbewegung. Daniel Le Ganser ist in der Friedensbewegung. Wobei, fairerweise muss man sagen, also dieser Felix, also dieser Jörg Matthias Claudius Grünewald hat er wenig bei Daniel Le Ganser gemacht. Also auch... Ich müsste jetzt nochmal reingucken, aber ich würde jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, da was zu finden, was irgendwie gegen die guten Sitten verstößt oder sowas. Aber bei anderen halt dafür umso mehr. Also bei Ken Jebsen ist er stark unterwegs, bei Elias Davidson. Also immer bei Leuten, die in der Friedensbewegung sind, da fuscht er in den Artikeln rum. Und das hat ja gedauert, bis wir den rausgefunden haben. Also der erste Film heißt, das war, na wann kam der raus? Oktober 2015. Da ungefähr hatte mich auch Katrin McLean kontaktiert. Und dann hatten wir die ganze Zeit immer wieder so kleine Bruchstücke zu seinem Teiler bekommen. Das heißt, das kleckerte so rein, die Fakten. Und ich habe dann halt einen Ordner aufgemacht, habe das alles gesammelt und es dauert. Und irgendwann kam halt der Hinweis, ah, der war auch auf dem Rudolf-Schreiner-Gymnasium in Ingolstadt. Und dann hatten wir schon irgendwie das Geburtsdatum irgendwie und dann kann man das alles zusammenpacken. Dann fügte sich eins zum anderen und auf einmal, wenn du den Namen hast, dann spuckt dir auf einmal Google alles Mögliche aus und du sagst, ey, okay, das ist ein Volltreffer, jetzt hast du den erwischt. So, ja, da hat das Gesetz gewirkt. Ja, wunderbar. Du musst also erst rausfinden, nach drei Jahren langer Recherche musst du rausfinden, wer das ist. Ja, und dann hilft dir das Gesetz weiter. Das natürlich geht gar nicht. Das heißt, also das Ganze wurde in den letzten Jahren immer unter diesem Stichwort Wikimunity abgehakt. Du hast keine Ahnung, wer dich denunziert in der Wikipedia, im Zweifelsfall. Du versuchst den rauszukriegen und wenn es dir ganz schlimm ergeht, dann sagt das Gerücht, also dann sagt vielleicht die Polizei, nee, wir können denen gar nicht helfen, also das dürfen wir gar nicht. Also die IP-Adresse lösen wir hier nicht auf. Das ist ja gar keine, was ich, keine üble Nachrede, was auch immer. Ja, und deswegen machen wir nicht. So, dann sagst du, okay, dann verklage ich die Wikipedia. Dann sagt die Wikimedia Deutschland, sagt dann, nee, also wir sind gar nicht zuständig. Wir machen nur ein bisschen Geld antreiben für die Wikipedia und ansonsten gar nicht. Wir machen sozusagen die GEZ hier so. Wir sind nicht zuständig für den Mist, der da läuft. Dann wenden Sie sich mal schön an die Wikimedia in den USA. Dann hast du ganz viel Geld und auch Zeit. Und dann gehst du nach den USA und sagst, hier, passen Sie mal auf. Das ist derjenige, der hat da was reingeschrieben und das ist totaler Müll und das stimmt alles gar nicht und ich verklage sie jetzt. Dann sagt der Richter, ja, es ist richtig. Also das sehen wir vollkommen ein. Also da ist wirklich, sie sind da übel mitgenommen worden. Aber hier in den USA ist es so, dass hier nicht der Betreiber verklagt wird, sondern derjenige, der das Ganze zu veranstalten hatte. Also nämlich der Felix in diesem Fall. Dann sagst du, okay, dann wirkst du vor einem amerikanischen Gericht den Schein, mit dem du dann sagen kannst, ich möchte wissen, wer das ist. So, dann damit gehst du dann zum deutschen Provider und sagst hier, ich will wissen, welche IP-Nummer hier das gewesen ist. Und wie heißt der in real, wie heißt der Anschlussinhaber? Dann sagt der deutsche Provider, es ist schön und gut, aber hier gilt immer noch deutsches Recht und nicht amerikanisches Recht. Und damit bist du einmal im Kreis gelaufen. Wenn sich doch am besten an die Wikipedia Deutschland oder so ähnlich. Dann fängst du wieder von vorne an. Das war der Punkt die ganzen Jahre. So sind die Leute hin und her geschickt worden. Das ist auch genauso unter dem Stichwort Wiki-Immunity oder Wiki-Munity diskutiert worden. Da gibt es einen Juristen, ich habe den Namen vergessen und war verdrängt. Er ist genau für dieses Thema diskutiert. Und auch noch so unter dem Stichwort A, wir Wikipedianer sind ja geschützt. Also uns kann keiner was. Und hast du das Gefühl, dass das, also hat das was bewirkt über sozusagen jetzt die Entschädigung hinaus? Also ist es so, dass dadurch sie vorsichtiger werden? Also das erste Mal war ja, also der erste Einschlag, der da kam, war ja der erste Film, den ich gemacht habe. Das merkte man schon. Das ist also wirklich so, du stellst Scheinwerfer auf so einen Ameisenhaufen und auf einmal fangen die alle an, also mitten in der Nacht, auf einmal fangen die an mit reger Betriebsamkeit auf einmal und merken so, wo kommt das Licht her? Also so ungefähr kam es mir vor, du guckst auf diesen Ameisenhaufen und denkst so, aha, interessant, jetzt schleppen sie die Eier weg, mal gucken, was als nächstes passiert. So und dann stochelst du da so ein bisschen im Ameisenhaufen rum, also das Bild passt ganz gut. Du stochelst rum, machst was auf, dann hast du ja vielleicht wieder so eine Brutkammer aufgemacht, wo wieder ganz viele Larven rumliegen. Dann kommen sofort die Arbeiterinnen und versuchen die Larven wegzuräumen. Also wir haben uns in der letzten Sendung genannt Tatortreiniger, also die Tatortreiniger. Die versuchen sich irgendwie jetzt daher den Tatortshaber zu kriegen. Und dass jetzt dieser Einschlag jetzt, also dass die auch auf Schadensersatz verklagt werden können, das allererste Mal. Das ist jetzt ein Riesenimpact. Also da ist jetzt so, als ob du gerade mit dem Spaten erstmal kräftig in den Ameisenhaufen reingestochen hast und da so ein Ding rausgeholt hast. Das finden die gar nicht witzig. Und die sind auch wie die Giftswerge jetzt da, also die schimpfen wie die Rohrspatzen. Aber ja, das ist ein Meilenstein, aber heißt noch lange nicht, dass wir jetzt irgendwie da angefangen haben, die Wikipedia da aufzuknacken, glaube ich noch nicht. Gibt es Hinweise darauf, ob tatsächlich, das wurde ja schon oft spekuliert, gibt es Hinweise darauf, dass hinter diesen Leuten wie Co-Pilot und Felix, dass da irgendwelche Auftraggeber stehen? Gibt es Hinweise darauf, dass das quasi sozusagen Fake-Accounts sind, unter denen auch oft mehrere, da gibt es doch diesen Engländer auch, der da irgendwie angeblich irgendwie immer 18 Stunden am Tag online war, 365 Tage im Jahr. Und das ja für eine Person gar nicht möglich ist. War das still in True Cross, war das glaube ich. Ja, ja, genau. Gibt es Hinweise darauf, dass jetzt eben zum Beispiel auch Felix in diesem Prozess oder danach unterstützt wurde von dem Wikimedia? Das ist ja auch finanziell für ihn auf jeden Fall ein Happen, das muss man mal sagen. Also finanziell ist es jetzt, glaube ich, jetzt wird es langsam unangenehm. Genau. Also es war ja nicht so, dass wir ihn verklagt haben, ganz und gar nicht. Also er wollte nicht offengelegt werden. Aber er hat euch vorher verklagt. Ich sage ja, das war ja der Anfang. Also wir haben ihn enttarnt. Dann hat er ja erst eine Warnung per Rechtsanwalt geschickt, die wirklich, die war lächerlich, war es dieses Wort, also wirklich lachhaft. Wir haben uns auch köstlich in der Sendung amüsiert. Das ist die Sendung 10 von Geschichten aus Wickehausen, kann man uns auch so nachsehen. Und ja, dann hat er seinen Rechtsanwalt geschrieben, ja, also da gibt es ja nur ein Interesse daran, wenn halt öffentliches Interesse bestehen würde an dem, was er da tut. Und das wäre ja gar nicht gegeben. Und Dirk meinte dann auch so, das ist ja totaler Blödsinn. Genau das ist gegeben, natürlich. Okay, also da wollte er halt so ein bisschen, hat er so ein bisschen getrommelt. Also klappern gehört zum Handwerk, könnte man sagen. Also da wollte er uns so ein bisschen einschüchtern, haben wir uns nicht von einschüchtern lassen. Wir haben eigentlich darauf gewartet die ganze Zeit, dass sowas kommt. Aber kam ja eigentlich nur bis kurz vor dem Sendungsstart kam es ja erst. Und weil wir hatten die Sendung angekündigt, in Sendung 9, dass das halt die Enttarnung kommen würde. Und das muss ihm, also der muss auf heißen Kohlen gesessen haben. Also zu einem Zeitpunkt ist es klar. Und dann hat er natürlich über den Rechtsanwalt das geschicken lassen. Gut. Also eigentlich macht er ja immer den Eindruck, als ob er nicht auf heißen Kohlen sitzt. Weil er ist ja vollkommen überzeugt davon, dass er, also ich meine, das arme Hascherl ist, dem jetzt zu Unrecht irgendwie. Also dass ihm die Anonymität auch zusteht und, also das scheint er ja gar nicht zu verstehen, dass das irgendjemand stört. Ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist in der Wikipedia. Das ist ein Fall, der auf viele, viele Leute zutrifft. Diese haben überhaupt, also die haben da kein Unrechtsbewusstsein. Genau. Die finden das eigentlich super. Genau. Also so benimmt er sich ja. Also die Regel, das wird aber auch von der Open-Source-Bewegung von den Wikipedianern selber so gesagt. Also wenn ich gegen den Staat vorgehe, dann habe ich ein Schutzbedürfnis. Das heißt also, was ich, das war ja dieser Fall von einem Franzosen, der irgendwie so eine militärische Anlage da irgendwie in der Wikipedia beschrieben hatte, die halt wohl der militärische Geheimnis da nicht beschrieben haben wollte. Dann kamen da wohl irgendwelche Schlapphüte und wollten halt, dass er das rausnimmt. Dann haben sie dann ganz sensationsmäßig gesagt, ja, aber es wurde sofort wieder reingestellt von anderen Leuten und solche Geschichten. Das ist also nicht mal aus dem Netz zu kriegen, die Geschichte. Gut. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Korruptionssachen im Staat beschreibe, den Tiefenstaat vielleicht, solche Sachen, dann habe ich ja ein Schutzbedürfnis. Das heißt also, ich möchte mich selber als Person schützen. Wer weiß, ob die dann demnächst nicht nur irgendwelche Schlapphüte vorbeischicken, sondern auch noch irgendwelche Scharfschützen, ja, und mich dann einfach beseitigen. Okay. In dem Moment, wo ich gegen Privatpersonen vorgehe und halt irgendwelche Falschbehauptungen über die da halt in die Welt sitze, dann gibt es dieses Bedürfnis überhaupt nicht mehr. Das heißt, da sind wir auch auf Augenhöhe. Also wir haben dann, wie gesagt immer, Rainer Füllmiches, es gibt dann kein strukturelles Ungleichgewicht. Das heißt also, es ist jemand, der hat in etwa die gleichen Machtbefugnisse wie ich selber, also fast gar nichts. Und, aber, ja, er langt dann mehr Macht dadurch, dass er halt anonym bleibt und schießt aus der Hecke. Also ein typischer medialer Heckenschütze ist das dann. Und dann natürlich ist natürlich die öffentliche, also das öffentliche Interesse gegeben. Wer macht das? Wer macht das? Das ist systematisch. Das ist nicht nur ein Artikel, wo er mal entgleist ist, sondern wirklich ganz, ganz viele Artikel. Gibt er damit auch noch an? Das ist das Ding gewesen. Und dann ist natürlich klar, dann gibt es kein Recht auf Anonymität. Und ganz im Gegenteil, das sagen ja auch viele, und da stehe ich dahinter, die Wikipedia oder die Wikimedia muss die Möglichkeit schaffen, dass wenn jemand denunziert wird, dass ich dann sehen kann, wer war das? Wer hat das geschrieben? Und das dann sofort, erstens sofort rauszunehmen und zweitens muss derjenige sofort an die Kandare zu nehmen sein. Ja, und das auch nachweisen können, also eben die Behauptung nachweisen zu können. Und wenn man sie nicht nachweisen kann, sie dann rauszunehmen, oder? Ja, es gibt aber auch so Sachen, die sind so irgendwie, du kannst ja in Sachen Persönlichkeitsrecht auch Sachen sagen, irgendwie die trotzdem nicht in Ordnung sind. Also jetzt mal, jetzt müsste ich konstruieren, was nehmen wir denn mal? Also außer Intimsphäre zum Beispiel irgendetwas. Also Sexualleben, ja, also was eigentlich keinem was angeht. Ja, und dann würdest du vielleicht wahrheitsgetreu sagen, ja, aber der Jens Lehrig, der, jetzt bin ich gemein. Der Jens Lehrig, der lässt sich gerne ans Andreas Kreuz fesseln mit Plüschhandschellen und auspeitschnosig Geschichten. Dann mag das vielleicht stimmen. Aber woher weißt du das denn jetzt? Genau, also gesetzten Fall, solche Behauptungen wären bei irgendjemandem richtig. Ich hatte mal jemanden im Bekanntenkreis, der gehörte wirklich zu der Truppe. Keine Namen jetzt. Wir haben einem Umzug geholfen, dann haben wir so Schublade aufgemacht und so, hä, was ist das denn? Plüschhandschellen. Okay, also gesetzten Fall, das wäre korrekt, dann bin ich ja trotzdem in die innerste Intimsphäre eingedrungen von jemandem. Und das darf ich ja nicht. Das ist ja genau der Punkt, den ich auslassen müsste. Das heißt also, du darfst nicht jeden Fakt, den du zu irgendjemandem erarbeitest, da darfst du auch noch öffentlich irgendwie breit treten. Also genau. Markus, also an der Stelle würde ich einfach gerne mal kurz einen Schnitt machen und würde mal verstehen wollen, was dich antreibt. Also du bist Mitte 40, du gehst ja wirklich sehr tief in alles rein, du beißt dich fest, du willst die Wahrheit ans Tageslicht bringen. Du könntest ja auch sagen, irgendwie wie die meisten, das ist mir viel zu anstrengend und ich gucke lieber Netflix. Du bist ja auch Journalist geworden. Also was bringt dich dazu, Journalist zu werden? Aber das ist eine echt spannende Frage. Also die antwortet du erst und in der Zeit überlege ich mir eine Antwort. Genau, was ist das? Hat er doch schon gesagt, er hat früher immer Raumschiff Enterprise geguckt und ja, machen die das eben. Das wäre mir jetzt zu einfach. Nee, dann wäre immer das Geschichte gewesen mit faszinierend. Genau. Also genau, es ist faszinierend tatsächlich. Insofern ist der Spock auch gar nicht mal so weit weg von dem, was ein Naturwissenschaftler, glaube ich, macht. Er ist ja der Wissenschaftler, also auch der Naturwissenschaftler auf der Enterprise. Also warum bin ich Naturwissenschaftler geworden, ist, glaube ich, die vorweggegangene Frage. Also ich möchte gerne wissen, wie das funktioniert. Ich bin auch ein sehr technischer Mensch, also auch meine Musiksachen sind sehr technisch. Das heißt, ich habe einen Tonstuhl zu Hause, also ich habe einen technischen Zugang zu Musik. Ich habe, würde ich von mir behaupten, relativ tiefgreifende Ahnung von Akustik. Das heißt, also ich spiele nicht nur das Instrument, sondern ich weiß, was da stattfindet in dem Instrument, im Zweifelsfall. Also das ist, glaube ich, ein Antrieb, dass ich halt gerne wissen möchte, wie es funktioniert. Und ich bin auch jemand, der es geschafft hat, zwei C64 komplett hinzuhelfen, indem er falsche Lötstellen gesetzt hat. Einmal unabsichtlich, da habe ich wirklich so eine kleine Brücke gemacht. Na, egal. Also passiert. Das heißt, ich habe auch schon zwei Commodore C64 kaputt gemacht. Das ist eine Leistung. Ja, genau. Und der dritte geht es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das ist gar nicht mein Verdienst, sondern einfach der Zahn der Zeit, glaube ich. Okay, also das ist der Hintergrund. Und dann kamen halt ein paar Sachen, die mich geprägt haben, glaube ich. Also die Frage kommt ja nicht zum ersten Mal. Also ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Das eine Ereignis habe ich schon bei Ken Jebsen beschrieben im Interview zum ersten Film. Also da ging es halt darum, wo ist die Vergangenheit. Es gibt, in der Biologie gab es ein Thema, was mich persönlich auch betroffen hat. Weil wir haben, wie damals in allen Schulen Niedersachsens üblich, haben wir auch Verhaltensforschung gemacht. Und da wurde halt ein Beispiel gebracht von so einem dreistachligen Stichling. Das ist ein kleiner Aquariumsfisch, so groß. Und dieser Fisch soll halt irgendwie ein Revierverhalten zeigen. Und dann halt auf rote Bäuche und silberne Bäuche reagieren. Silberne Bäuche beim Paarungsverhalten, rote Bäuche beim Revierverhalten. So und das ist exakt an einem einzigen Stichling erwirtschaftet worden. Also Erhebungsmenge 1. Da würde jeder Statistiker sich die Haare raufen. Zu wenig. Ja, deutlich zu wenig. Solche Sachen halt, dass er auf rot reagiert, hätte er herausgefunden, dass, wie war das? Der Fisch war in so einem Aquarium, war so ein Glas auf dem Fenstersims und dahinter war ein Fluss. Und dann nochmal 20 Meter weiter war eine Straße. Und ja, dann wäre halt jemand auf der Straße, wenn ein rotes Postauto auf der Straße vorbeigefahren, der Fisch spielt verrückt und der Forscher sagt, aha, Farbe rot. Ja, nicht Erschütterung, nicht Geräusch, aber Farbe rot. Also das war so der Hintergrund. Dann hat er ein rotes Holzmodell gebastelt und hat das ins Glas gehalten und der Fisch spielt wieder verrückt. Und dann sagt, ah, Farbe rot, abgehakt, fertig. Also das ist jetzt eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte, genau. Der hat quasi seinen Goldfilch im Glas auf der Fensterbank beobachtet und versucht daraus eine wissenschaftliche Ableitung. Das ist ja so erstmal nicht schlecht. Also als Hypothese würde ich sagen, gut, das ist ein guter Anfang, fangen wir so an. Aber jetzt hätte ich gerne die 100 Stichlinge da gesehen nebeneinander und dann das rote Postauto, was vorbeifährt. Mal gucken, ob alle gleichartig reagieren. So und das hat gefehlt. Und das kam raus, weil jemand versucht hat, das nachzukochen. Das war die Frau Professor Zipelius inzwischen verstorben, auch Verhaltensforscherin. Und dann haben die halt wirklich, das war eine Kooperation, ich glaube, das war Göttingen, Tübingen, das war 1993. Das heißt, also ich schreibe Abitur und dann im engeren Zeitraum nach dem Abitur kommt genau das. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir im Abitur gesagt haben, ey, irgendwas stimmt damit nicht. Also das war auch relativ, das war eine schlechte Aufgabe bei mir im Bio-Leistungskurs. Die habe ich nicht gut gelöst. Aber das war das, das passte in sich nicht. Und wir waren auch mit mehreren Leuten und sagten, diese Aufgabe, die ist blöd. Also Revierverhalten vom dreistacheligen Stichling. Und dann kommt prompt irgendwie ein Jahr später oder zwei oder drei Jahre später kam halt dieses Ding. Und ja, dann siehst du also, du lernst was in der Schule und das ist totaler Schrott. Also die Frau Zipelius hat also diese Geschichte mit dem dreistacheligen Stichling, mit dem Revierverhalten. Paarungsverhalten stimmte wohl, aber das Revierverhalten hat die in der Luft zerrissen. Da blieb nichts mehr von übrig. Und danach ging ich ja ins Biologiestudium und dann merktest du, ja, da war so ein riesen Atompilz über der Verhaltensforschung. Also der schwebte noch von der Frau Zipelius da drüber. Da war nichts mehr. Die mussten erstmal komplett neu ordnen. Weil nämlich, das fing ja mit dem einen an. Der hat gefuscht. Das war irgendwann in den 20er Jahre. Ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf verdrängt mit dem dreistacheligen Stichling. Und dann kommt ja noch hinzu, Konrad Lorenz, großer Forscher in Sachen Verhaltensforschung, in Sachen hier Enten, Gänsen und solche Geschichten halt. Hat auch gefuscht. Der hat viele gute Sachen gemacht, aber da war zwischendurch auch Müll dazwischen. Jetzt haben die angefangen, die ganzen Sachen dadurch zu forsten und zu gucken, was stimmt überhaupt von dem, was wir haben. Und das ist, das war für mich, glaube ich, ein ganz schwerer Impact zu sehen. Oh, 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 das kann ja voll nach hinten losgehen, die ganze Geschichte. Du schreibst ja wissenschaftliche Arbeit. Ich weiß auch genau, wie das bei uns im Labor war. Ich habe die vorangegangene Diplomarbeit und die vorangegangene Examsarbeit gehabt und habe dann da weitergemacht. So, und ich gehe davon aus, dass der redlich arbeitet und auch die Fehler halt, also wenn da Fehler sind, auch die Fehler benannt werden. Und stell dir vor, das wird nicht gemacht. Stell dir vor, da macht jemand absichtlich Fehler oder ist einfach Fuscher und fuscht versehentlich, wie auch immer. So, und dann zu sehen, oh, 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 da werden also Untersuchungsergebnisse einfach weitergereicht und die nächste Arbeit, die breiten sich wie so ein Virus aus, sind wir schon wieder bei aktuellen Bezug. Das heißt also, so eine virale Verbreitung von Fehlern, die sich... Fake News. Ja, wenn es absichtlich ist. Wenn es unabsichtlich ist, ich glaube noch nicht mal, dass das der mit dem dreistachlichen Schlicht, dass das Absicht war. Also, auch Biologen sind nicht unbedingt Statistiker. Also, du machst das zwar, aber das ist ja nicht dein Hauptfach. So, und dann siehst du halt, dieser Fehler breitet sich aus, der hält sich sogar 70, 80 Jahre in den Schulbüchern, ja, oder sowas. Das ist, das kam übrigens in der Fortbildung, jetzt irgendwie 2000, weiß ich nicht, 14, 15, in der Fortbildung kam das Ding wieder. Das war so ein Wiedergänger. Ich so, bitte was? Fängt ja jetzt nochmal mit dem dreistachlichen Stichling an, hab ich gesagt. Also, Moment, das geht so nicht. Das ist, bitte einmal Wikipedia nachgucken, da steht das alles über Frau Cipelius drin. Das Ding ist... Und das stimmt auch, in dem Fall. In diesem Fall ist es richtig, ja. Also, war nicht Felix an der... Ja, nee, da geht es auch nicht um Geld, Macht und um Weltanschauung und sowas. Eigentlich weniger, deswegen ist das ja dann... Da kann man auch ausnahmsweise mal an die Wikipedia gucken. Genau. So, und das war das ein Ereignis. Und das andere Ereignis war Mitte der 2000, oder 2007, 8 war das, glaube ich. Da ging es um die geleakten E-Mails aus dem Klimainstitut in Großbritannien. Ja. Da war es halt so, dass das halt aus den E-Mails hervorgehen, dass da offensichtlich an dieser Kurve von Michael E. Mann, also an dieser Hockeystick-Kurve, irgendwas nicht ganz in Ordnung sein sollte. Also, Hype to Decline war halt das Stichwort. Und nicht das einzige, damit zusammenhängt noch ein paar andere Sachen halt. Und das war so, aus den E-Mails ging hervor, dass also systematisch bestimmte wissenschaftliche Meinungen halt unterdrückt wurden und andere Meinungen halt betont wurden. Das ist ja das Gegenteil von dem, was Wissenschaft ausmacht. Das heißt also, du sollst ja, also Wissenschaft, vor allen Dingen Empirie, besteht ja immer aus den widerstreitenden Meinungen. Das heißt, du guckst auf dieselben Daten drauf und dann gibt es mindestens zwei verschiedene Meinungen dazu meistens. Und das könnte das sein, könnte was anderes sein. Und da, das war für mich auch ein, ja, Erweckungserlebnis, stimmt nicht, aber das war halt ein Erlebnis, was das Weltbild wirklich bis zum Wanken gebracht hat. Also, das sind Wissenschaftler und diese Wissenschaftler scheinen offenbar so mit dem, also mit dem Thema wissenschaftlich ganz klar zu kommen. Also, ich erwarte ja, das ist ja ein Vertrauensbeweis, den du jedem entgegenbringst. Der hat eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit rausgebracht oder was auch ich für eine Veröffentlichung in der Zeitschrift und du erwartest, dass der redlich arbeitet. Und jetzt auf einmal stellst du fest, Moment mal, also hier geht es um ganz andere Sachen. Hier geht es um Geld, um Ansehen, um, ja, Marktanteile. Ja, Macht in der Scientific Community, sowas in der Richtung, um solche Sachen geht es. Das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Und ja, hättest du mich bis dahin gefragt, wäre ich Verfechter, ganz klarer Verfechter, also von dem Klimawandel gewesen? Also, da hätte ich gesagt, ja, und wir sind alle daran schuld und alles mögliche. Und das ist genauso, wie es halt immer gesagt wird. Das hat sich ja zu heute nicht groß geändert. Also, ich würde immer noch sagen, klar, Klimawandel gibt es, ganz klar. Aber die Beweisführung für einige Sachen, die halt dazu führen, sind mehr als dürftig, um nicht zu sagen, also teilweise auch richtig frisiert. Also, wir hatten den Fall in einem Schulbuch. Das war für mich ein gefundenes Fressen, weil in unserem Schulbuch, das ist jetzt vom Bioskop heißt das, das ist ja auch im aktuellen Bioskop immer noch genauso drin, die Aufgabe. Da wird also auf so einer Grafik, die ist vielleicht so, na, wo ist die Kamera? Da? Überall. Also, ungefähr so groß das Bild. Also, in so einem Bild 400.000 Jahre auf der X-Achse abgebildet und dann halt Temperatur, CO2 und Methankurve gleichermaßen abgebildet. Was du erkennen kannst, ist eine Korrelation, das heißt also, immer wenn die Temperatur hoch geht, geht auch Methan hoch, geht auch CO2 hoch und immer wenn CO2 runter geht, dann geht auch die Temperatur runter und so. Also, die Kurven folgen einander, ungefähr. Also, kannst du eine Korrelation nachweisen, das ist ja klar. Laut der alten Lösung, des alten Lösungsvorschlages aus dem letzten Buch, weiß ich, dass die Schüler eine Kausalität ableiten sollten. Das heißt, also, die Schüler sollten eine Kausalität ableiten daraus und sagen, ja, wir sehen, die CO2-Kurve steigt, die Temperaturkurve steigt auch, deswegen ist die Temperatur vom CO2 abhängig. Lach nicht. Könnte ja auch das CO2 von der Temperatur abhängig sein. Könnte auch sein, genau. Und das war jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also, ich habe ja mehrere Aufgaben, das heißt, ich soll ja mit den Schülern auch irgendwie Tabellenkalkulationen machen. Und dann bin ich also reingegangen, habe ich gesagt, okay, ich gebe euch mal die Originaldaten. Das heißt, die kann man sich ja wirklich runterladen, die NASA hält das vor. Also, NOAA heißt das, N-O-A-A. Und dann kann man also da reinschauen und kann sich die Originaldaten runterladen. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ihr plottet mir bitte mal von den Originaldaten diese 50.000 Jahre aus. Da habe ich irgendwas bei minus 250.000 Jahre, glaube ich, rausgesucht oder so. Eine Stelle. Und dann haben wir in dem Unterricht darüber diskutiert. Und was natürlich relativ schnell auffällig war, wenn man so nah reinzoomt in die Daten, dass halt dann ein Versatz auf einmal sichtbar wird. Das heißt, man sieht, dass die Temperaturdaten und dass die CO2-Daten einen Versatz zueinander haben. Dummerweise ist der Versatz eigentlich falsch. Denn die Temperatur ist vor dem CO2 unterwegs. Das heißt, erst steigt die Temperatur, dann steigt das CO2. Erst fällt die Temperatur, dann fällt das CO2. Aus den gesamten Daten kann man sehen, dass ein Beweis von einem CO2-Beeinflussung auf die Temperaturen nicht funktioniert. Nicht mit diesen Daten. Also wir wissen, es gibt diese Beeinflussung, aber nicht mit dem Bild ist es nicht nachweisbar. Das kannst du nicht machen. Wurde aber immer gemacht. Und das ist ja auch übrigens eine elementare Szene von El Gore mit seinem Film. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es in das Schulbuch übernommen wurde, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, die Nichtnachweisbarkeit lag an der Stelle daran, dass die Auflösung einfach zu klein war. Und wenn man reinzoomt... Das sind ja absichtlich... Und das Zweite war, die Kurve war manipuliert. Das heißt, der Originaldatensatz geht bis minus 2500 Jahre ungefähr. Also aus den Eisbockherren hat man Daten bis minus 2500 Jahre. Also 500 Jahre vor Christi Geburt oder sowas wird das auf. Aber in dem Buch geht der Datensatz weiter bis in die Jetzt-Zeit, wo halt so ein starker Anstieg der CO2-Kurve zu sehen ist. Und am Ende kriegt man raus, hey, das ist ein zusammengeführter Datensatz. Das heißt, die haben einmal die Messung aus Eisbockherren genommen und haben dann die Messung aus der Luft genommen. Oberstes wissenschaftliches Prinzip, niemals zwei Messungen, die unterschiedlich erfolgt sind, zusammenführen, ohne Kommentar. Und das sind wir jetzt... Also du fragst mich ja, was treibt mich an und das treibt mich an. Also das sind so die, so ein bisschen detektivische Arbeit, das macht Spaß. Inzwischen habe ich festgestellt, spätestens seit der Wikipedia weiß ich das von mir selber. Und halt in diese Daten reinfühlen. Also stimmt das, was der mir da sagt? Also oder ist da irgendwo ein systematischer Fehler drin? Und ich gehe inzwischen davon aus, es ist kein versehentlicher Fehler. Dann würde ich sagen, okay, Fehler passieren mir auch. Wenn das jemand korrigieren will, ist klar, aber bei Elgor und Konsorten würde ich sagen, das ist kein versehentlicher Fehler, das ist ein absichtlicher Fehler. Wünschst du dir manchmal, Markus, nicht so viel zu hinterfragen? Ja, ja. Also manchmal... Also das ist ja auch, da ist man auch getrieben, oder? Ja, klar. Das ist einerseits eine Passion, andererseits... Ist das auch eine Sucht vielleicht? Nee, also ich kann auch gerne mal abschalten, das muss nicht sein. Also das Sucht würde ja heißen, dass ich also quasi an den PC hechle und dann sozusagen immer noch wieder nach neuen Sachen suche. Ich würde auch gerne mal, das sehe ich ja im Sommerurlaub, also ich kann da gerne auch mal was komplett anderes machen. Dann lese ich halt irgendwas oder so und das muss nicht sein. Nee, aber wenn ich schon dran bin, dann will ich genau arbeiten und also ganz genau wissen, was da Sache ist. Und jetzt bei dem Al Gore, um es uns festzustellen, der hat also 2006 einen Film gemacht, eine unbequeme Wahrheit heißt der Film. Und der hat es so dargestellt, dass das CO2 die Temperatur treibt. Hat er nicht direkt gesagt, aber er hat es so dargestellt. Also es ist so diese Eindruckserweckung, würde man sagen. So und interessant ist, dass der allererste, der diese gemeinsamen Daten veröffentlicht hat, das war Petit et al. 1999, die haben das schon tatsächlich in dem Paper drin stehen gehabt. Ich habe es überlesen beim Anfang. Ihr habt es ja bis jetzt erst vor zwei Jahren richtig gesehen. Die haben es im Paper drin stehen gehabt, dass dir das aufgefallen ist. Das als allererstes so, äh, was ist das denn? Also die dachten ja auch, CO2 treibt Temperatur, aber hier sehen wir ganz eindeutig, Temperatur kommt vor dem CO2. Was ist da los? Und dann haben die angefangen, das nachzuvollziehen. Die haben also, die haben Überprüfungen gemacht. Dann kam Monin et al. 2001. Und die haben es nachgewiesen, dass es stimmt, die Temperatur steht vor dem CO2. Das heißt, sie steigt, das CO2 wird erhöht. Inzwischen kennt man den Mechanismus, das heißt also, die Temperatur steigt, CO2 als Kohlendioxid, als Kohlensäure in dem Wasser gespeichert, in den Meeren gespeichert. Dann entweicht das aus den Meeren, dann habe ich also mehr CO2 in der Luft. Das ist okay, ne? Also dieser Zusammenhang. Es gibt auch einen anderen Zusammenhang, der umgekehrt ist, also dass ein CO2 die Temperatur treibt. Aber für diesen Fall ist es wirklich so, dass man sehen kann, Temperatur treibt CO2. Und das war klar, das war spätestens seit 2001 war das klar. Jetzt kommt ein Al Gore, macht 2006 einen Film und nutzt genau dieses Bild von einem Eisbockkern und verdreht den Zusammenhang. Jetzt muss man wissen, Al Gore hat, das ist eine riesen Industrie, die ja dahinter steht. Das heißt, also das ist ja so eine, ich würde das also CO2-Klimaindustrie nennen. Also da ist richtig viel Kohle drin und auch diese Greta Thunberg ist ja nicht irgendwie durch Zufall da entdeckt worden. Das heißt also, dass die als Kahlionsfigur da ist, dass die passt wie Arsch auf Eimer, würde man sagen. Das ist ein kleines armes Mädchen, was selber nichts dafür kann. Also sie ist davon überzeugt, davon gehe ich aus, dass das alles ganz schlimm ist. Und sie wird jetzt also vor einen Karren gespannt und wird richtig gehend verheizt, dieses arme Kind. Und von Leuten, die halt eine ganz andere Nummer da abziehen, also denen geht es auch nicht darum, den Planeten zu retten. Entschuldigung, die wollen Kohle machen. Und das regt mich auf. Also bei solchen Sachen, gerade weil mich das aufregt, da will ich auch mehr wissen. Was ist dahinter? Also du bist aber jemand, der dann auch zum Diskurs bereit wäre. Also das, was du da jetzt gerade so erzählst, ich kann es nicht nachprüfen. Ich weiß nicht, Spock, also in der Form oder in solchen Details nein. Also das ist für mich auch überraschend, wenn du sagst irgendwie, nicht CO2 treibt die Temperatur, sondern die Temperatur treibt, beziehungsweise das... Naja, es geht jetzt nur um dieses eine Beispiel. Es ist beides richtig. Es ist beides richtig. Das heißt also, du hast eine gegenseitige Beeinflussung. Und das Problem ist jetzt, beim Wissenschaft... Also der Streitpunkt ist jetzt, welches von beiden ist stärker? Oder andersrum gefragt, wie stark ist die Beeinflussung des CO2 auf die Temperatur? Da gibt es einen wissenschaftlichen Dissens. Der darf aber nicht dargestellt werden. Aber das ist... Da sind wir wieder bei einem Thema, was wir vorhin hatten. Diskurs. Genau. Also die Leute sind da nicht diskursfähig. Dann geht es sogar so weit, dass dann einem, was ich, Indoktrination von Schülern vorgeworfen wird. Oder du verunsicherst die Schüler aber. Das ist meine Aufgabe. Also das ist ja auch das, das haben wir im Vorgespräch festgestellt, was wir damals auch an den Schulen gelernt haben, Dinge kritisch zu hinterfragen. Genau. Du bist immer kritisch und du machst dir als Lehrer eine Tür auf. Das heißt also, ich sage nicht, das ist so, sondern ich sage aber, okay, ich kriege mal neue Daten rein, dann gucken wir doch mal. Und dann, ja, es gibt natürlich diese Situationen, die sind, die würde ich so nicht mehr wiederholen, aber die sind natürlich interessant. Wenn du natürlich den Schülern vorher sagst, das sind die naturwissenschaftlichen Regeln, nach denen wird gearbeitet. Und das habe ich natürlich nicht ganz ohne Hintergrundgedanke gemacht. Das heißt also, ich präsentiere denen dann halt einen Fall, wo das überhaupt nicht so läuft. Dann, ich weiß dann noch genau, da ist eine Schülerin gewesen, die ist richtig wütend geworden. Aber sie haben uns doch gesagt, man darf nicht zwei Datenreihen einfach so zusammenführen, wenn die mit unterschiedlichen Messmethoden gemacht wurden. Ja. Aber das haben die doch hier gemacht. Ja. Und die wurde wütend richtig. Die war ja am Zittern die ganze Zeit. Und das sind ja eigentlich die Momente, die ich als Lehrer, naja, also ich habe nicht darauf hingearbeitet, aber im Nachhinein würde ich sagen, das ist ein guter Moment gewesen. Weil der war für die Schülerin so emotional, dass sie mitgekriegt hat, okay, hier in der Wissenschaft ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also hier werde ich auch manchmal richtig an der Nase rumgeführt. Und ich will jetzt auch gar nicht den Schuhbuch machen, da irgendwie Vorwurf machen, also die sind sicherlich, sie müssen so ein Schuhbuch schnell machen, die gucken da auch nicht hinter die Kulissen. Das war für mich auch nur reiner Zufall, dass ich diese Kurve kannte. Und jetzt wusste, okay, also das passt nicht zusammen. Und das haben die auch eins zu eins aus dem Bericht übernommen von dem IPCC, da gibt es einen Bericht dazu. Also die Kurve, die sieht danach aus, dass sie wirklich eins zu eins daraus gekopiert wurde, auch farblich eigentlich gleich. So, okay, aber dann siehst du halt, da gibt es Leute, die wollen dich manipulieren, darum geht es ja. Also Statistiken, alles mögliche, Grafiken. Du versuchst ja immer den Wähler in irgendeine Richtung zu pushen. Wie präsentiere ich diese Grafik? Was bringe ich da raus? Was verschweige ich ihm? Und du musst doch noch nicht mehr gelogen haben. Es reicht ja vollkommen, dass du vielleicht die halbe Wahrheit erzählst. Also das ist ja auch möglich. Oder dass du Sachen nicht in den Kontext setzt. Was wir jetzt gerade ein Jahr lang erlebt haben. Also immer irgendwelche Todesfallzahlen oder einfach nur Infektionsfallzahlen zu erzählen, wo dann nicht mal klar ist, ob es überhaupt eine Infektion ist. Siehe Drosten-PCR-Test. Und ja, ein Schüler dahin zu bringen, dass er ein, wie soll man das sagen, ein waches Mitglied der demokratischen Gesellschaft ist, das ist der Hintergrund. Das ist ja übrigens auch Aufgabe von Lehrern. Also Schule soll Demokraten erzeugen. Das heißt, das sind also wache Mitglieder, denen du so schnell keinen X für ein U-Ku-Form machen kannst. Das wäre der Idealfall. Also selbstständig denkende Wesen. Und genau das stimmt ja gar nicht. Das sind wir ja gar nicht. Was wir jetzt haben, ist betreutes Denken. Guck dir die Tagesschau an. Die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Aus genau dem Grund. Aber ich habe auch den Fernseher schon vor zehn Jahren rausgeschmissen. Aber du hast auch einen Monitor und du kannst auch die Tagesschau noch auf YouTube gucken. Ja, na klar, ich kann streamen. Na klar, aber mache ich nicht. Also der Fernseher ist ja so, also das ist ja so ein Symbol auch für Ablenkungen. Keine Ahnung, das ist auch so einfach. Man macht die Glotze an und dann bleibt man davor kleben. Klar, das passiert ja im Internet oder passiert mir im Internet auch. Keine Frage. Und nichtsdestotrotz, also ich versuche gerade für mich so ein, wie machen wir also weiter als Gesellschaft, um wieder zueinander zu finden? Du schüttelst den Kopf, weil du das für unmöglich hältst. Du glaubst, es muss erst einen großen Knall geben oder was? Nee, also ich bin ja kein Anhänger von irgendeiner Armageddon-Sekte oder sowas in der Richtung. Nee, mit den Knallen würde ich mir gerne ersparen, aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, ja. Auf was genau? Auf so einen großen Knall. Also schau mal, je länger du dich in, es sind ja keine alternativen Medien, es sind ja freie Medien oder, oder wie soll man es sagen, unabhängige Medien, das ist das richtige Wort. Frei ist auch schon ein bisschen konnotiert inzwischen. Ja, oder eigentlich auch Medien, weil Medien eigentlich auch frei sein sollten. Also wir machen Journalismus. Wenn du mir schon das Investigative streichst, dann doch auch Medien einfach. Medien bleiben sie ja, also sie vermitteln ja irgendetwas. Investigative Medien? Nein, auf keinen Fall. Nee, also es gibt ja auch Lichterblicke im öffentlichen Richtigen, das ist ja nicht so, dass da nur Honks rumlaufen. Das sind ja auch richtig gute Leute, die mal Sachen, die wirklich gute Sachen machen wollen, die aber vielleicht, weil an den entscheidenden Schaltpositionen, die andere Leute sitzen, halt ausgebremst werden oder rausgeschmissen werden, wie auch immer. Ja. Ich glaube, dass, wenn du dich lange aus diesen freien Medien, aus den unabhängigen Medien informierst, dann wird es irgendwann schwierig werden, dass du mit anderen Leuten noch auf eine Ebene kommst, weil du redest ja von einem ganz anderen, du hast ja inzwischen ganz anderes Wissen angehäuft. Ich nenne das immer ausgewildert. Ja, gar nicht. Du bist ausgewildert dann. Du kannst dann auch nicht wieder in den Käfig rein. Ja, das ist ein bisschen wie in der Matrix. Du willst die rote Pille haben. Ich denke an. Oder die blaue Pille. Also wieder zurück in die Matrix. Also wieder ein Cypher, der dann sagt, okay, machen sie mich irgendwie so zu. Denk immer an Daktari und den Jeep und so. Ausgewildert halt. Das ist unsere Zeit, Daktari, genau. Ja, zum Beispiel, oder du bist der Partycrasher am Ende. Also wenn da jemand anfängt und macht sich lustig über JFK meinetwegen, ha, 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 und du kommst auf einmal mit den Fakten, da gucken dich alle ganz groß an. Das würde noch durchgehen, weil also spätestens seit Kevin Costner und seinen Filmen da würde man sagen, okay, also wir waren schon 1990 bis 2000, waren wir viel weiter, als wir jetzt sind. Also das ist komisch. Also wir sind ja wieder zurückgegangen. Also damals war schon klar, JFK ist nicht von Lee Harvey Oswald ermordet worden, weil er das mit der Flinte gar nicht konnte. Und jetzt auf einmal ist das wieder gewesen. Also du siehst, wo das hinläuft. Also mit viel Wiederholung der gleichen falschen Sache kriegt man die Leute in alle Richtungen. Und dann kommen noch andere Themen als ich, 9-11 oder was auch immer. Ist ja egal, was du für ein Thema nimmst. Also eigentlich das alles, was jetzt als Verschwörungstheorie konnotiert wird, sind ja alles diese Themen, wo absichtlich Stoppschilder eingebaut werden, wo du nicht mal weitermachen sollst. Oder alleine, dass wenn jemand über die Souveränität des Landes spricht, dass er dann sofort Reichsbürger ist, finde ich ein Unding. Ja, also ich muss ja kein Kaiserreichsangehöriger sein, also was ja einige von den waschechten Reichsbürgern vielleicht sind. So und ich muss ja kein Verehrer vom Kaiserreich sein, nur um festzustellen, dass Deutschland nicht souverän ist. Da reicht einmal gucken zum Beispiel, wenn ich jetzt, nur wieso, wenn ich mir das von dem Norbert Fleischer heiße, also ich muss mal aufpassen bei Robert und Norbert Fleischer, also das sind die beiden Brüder und der Norbert Fleischer hat ja eine Dokumentation zur Airbase Rammstein gemacht. So und da gibt es daneben ein Naturschutzgebiet und in einem Weiher ist 2000-fach über normal, über Sollwert, aromatische, typische Kohlenwasserstoffe gemessen worden. Also 2000, lass mich nicht drauf festlegen, aber es war wirklich also um drei Zehnerpotenzen drüber. Also du bist also weit über dem Grenzwert. Im Klartext, da kippt jemand irgendwie Flugbenzin rein, mit also wirklich hochgiftigen Zusätzen. Flugbenzin ist eigentlich falsch, also dieser Treibstoff, der halt für die Jets benutzt wird. Hochgiftiges Zeug, kippen die anscheinend einfach irgendwo hin, wo es dann am Ende im Grundwasser und im Oberflächenwasser landet. Was wäre die erste Reaktion? Versuch du doch mal einen Kalkanister irgendwo, Benzin irgendwo in die Gorgosse zu kippen. Was meinst du, was dann passiert? Dann würde ich nicht mehr darauf wetten, ob die Polizei kommt oder ich würde nur noch auf die Minuten wetten, wie lange sie brauchen, um bei dir zu sein. Dann kriegst du aber richtig einen dran. Und die kippen da Kubikmeterweise das Zeug anscheinend rein und keiner sagt was. Nichts passiert. Das könnte ja auch ein unbemerktes Leck sein. Genau, aber selbst, ja genau, bei dir zu Hause hast du einen Dieseltank. So eine schöne alte Dieselheizung, also einen Heizöl-Tank. Und der hat ein unbemerktes Leck. Was meinst du, was dann passiert, wenn die mitkriegen, dass du ein unbemerktes Leck hast? Ja, genau. Dann brauchst du aber eine gute Haftpflichtversicherung mal lieber. Also das geht nicht. Das heißt, vor allen Dingen, eventuell bist du sogar noch strafbar, wenn sie dir grobe Fahrlässigkeiten nachweisen. Ja, aber vor Norbert Fleischer hat es ja anscheinend keiner gemerkt. Also spätestens dann hätte man ihr reagieren zu hören. Doch, doch, doch. Das ist schon vorher. Er hat ja nichts gesagt in dem Film, was sich schon vorher bekannt war. Er hat ja auch so einen Informanten gehabt, die da wohnen halt. Da ist auch ein Anwohner, ein etwas älterer Herr, der versucht schon seit Jahren, solche Sachen da irgendwie klar zu bekommen, auch mit dem Fluglärm und mit allem möglichen, auch mit dieser Relaisstation Rammstein. Das ist ja auch bekannt gewesen. Lange Zeit ist es von der Regierung abgestritten worden, dass Rammstein also eine wichtigere Relaisstation ist, um Drohnenmorde zu machen. Also von wegen, was war es, extralegale Aktionen, hieß es dann irgendwie immer so, so ganz schwammelig. Nein, es sind Morde, es ist Mord. Das heißt also, du fliegst irgendwo hin, wo kein Kriegsgebiet ist und schießt dann irgendjemand ab. Das ist Mord. Und nicht nur einen, sondern halt mit so einer Hellfire, gleich noch 30, 40 Leute weitere. Also der Kollateralschein ist viel größer als das, was du da eigentlich erzeugst. Also was du eigentlich bezweckst. Und dann streiten die erst ab, dass es das gibt und jetzt wissen sie es irgendwie so offiziell, dass es das gibt, aber trotzdem läuft es weiter. Das ist ein Thema von Souveränität. Das heißt also, wenn ich will, dass mein Grundgesetz hier gilt, dann brauche ich einen souveränen Staat. Dann muss ich nicht irgendwie gucken, dass vielleicht Deutschland eine Konstruktion ist oder was auch immer, interessiert mich alles gar nicht. Aber das darfst du noch nicht mal mehr aussprechen, weil du dann sofort Reichsbürger bist. Wir waren ja bei dem Thema Reichsbürger oder Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Und mit solchen Sachen bist du dann Partycrasher. Das heißt, diese ganzen Stoffe, die ich gerade erzählt habe, darfst du gar nicht erzählen. Das ist für die Leute gar nicht bekannt. Oder dass die halt Treibstoff ablassen. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also es ist ja alles verfügbar. Dieses Wissen ist ja, also im Internet ist ja ein unglaublicher Wissensfundus entstanden. Aber die glauben dir das nicht. Genau, aber deswegen ist für mich immer wieder die Frage, was kann uns in Zukunft sozusagen unsere Menschlichkeit zurückbringen oder das, worum es wirklich geht? Ja, Bildung. Das Problem ist, dass Bildung, also Schule hat es in den letzten Jahrzehnten offenbar nicht geschafft, Demokraten zu erzeugen. Das kann man ja ganz klar konstatieren. Das siehst du jetzt. Also Corona ist insofern auch gar nicht so schlecht, also weil das ist ein Test. Wie machen alle mit? Ja, ja, die machen alle mit. Und wie viel hinterfragt man? Ja, also Bobo Schickentanzer hat mal so einen Satz gesagt, die Deutschen haben zum zweiten Mal glorreich den 1933-Test also nicht bestanden, ja, mit wehenden Fahnen nicht bestanden, mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und ja, polemisch, aber irgendwo ist doch ein wahrer Kenner, was er da sagt. Das stimmt. Also das heißt, bevor du jetzt sagst, ich will die Gesellschaft wieder in ein normales Fahrwasser bringen, dass wir halt alle miteinander arbeiten, nicht gegeneinander und solche Sachen, brauchst du jetzt Jahrzehnte wieder. Das ist alles versäumt worden. Und das muss ich mir auch selber die Nase packen. Also wir Lehrer haben es nicht geschafft und auch die Generationen vor mir haben es nicht geschafft, Leute hervorzubringen, die jetzt in der Gesellschaft sind, die halt wachsam sind und immer regierungskritisch sind. Also wir beide, das haben wir vorhin besprochen, wir beide sind regierungskritisch erzogen worden. Ich kann mich noch genau an Sozialkunde erinnern oder an Politik. Die Fächer waren durchsetzt davon, dass man sagte, du traust keinem Politiker. Also egal, wer der andere macht, das ist wurscht. Du bist immer misstrauisch. Und Aufgabe eines aufrechten Demokraten ist es, immer denen auf die Pfoten zu schauen, dass die auch das machen, wofür sie da sind. Und wenn die anfangen korrupt zu werden, Macht und Korruption geht einher, dann musst du als Bürger da im Zweifelsfall einschreiten. Entweder macht es die Presse, weil sie wirklich die vierte Macht im Staate ist, oder du musst dann selber einschreiten im Zweifelsfall. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie verloren gegangen. Also inzwischen bist du ja schon, was auch immer, rechtsradikal, antisemit, was auch immer, wenn du nur der Regierung widersprichst. Das ist die Aufgabe. Also ich als Bürger widerspreche immer der Regierung. Im Zweifelsfall. Also ich bin dagegen, super. Ja, klar. Aber wenn ich jemanden habe, der immer dafür ist, das ist doch äußerst befremdlich, ist das doch. Dafür waren die immer in der DDR, das waren die ganzen Leute, die immer mit der Fahne gewedelt haben, wenn dann irgendwie Honecker vorbeigelaufen ist und sowas. Solche Typen will ich doch gar nicht haben. Das ist doch kein Staatsvolk. Was willst du mit solchen Leuten anfangen? Aber ist es vielleicht das, dass viele einfach auch sich vielleicht nach einer stärkeren Führung, so sehe ich es jetzt mal, sehen, weil sie gar nicht wissen, was sie, also weil sie nicht diese Umtriebigkeit haben, nicht diese Kreativität haben, nicht diesen Antrieb haben, nicht ihr, also wenn ich dich so hier sitzen habe, dann denke ich, du bist jemand, du, also du lebst das, das ist dein Leben, oder? Also ich meine, du machst keinen unglücklichen Eindruck auf mich. Niemand zwingt dich dazu, das zu tun, was du tust. Da steckt unglaublich viel Engagement, Freiwilligkeit. Man kann sagen, das ist vielleicht auch ein Stück weit Seelenplan. Oder ist das quasi deine Aufgabe, für die du hier gekommen bist? Ich weiß, das ist jetzt spirituell gesagt, aber du erlebst bei mir auch immer ein Stück weit Spiritualität, weil das etwas ist, was mich sehr fasziniert und wo ich mich eben frage, woher kommen wir, wohin gehen wir so? Und deswegen, viele haben aber diesen Punkt nicht gefunden. Sven Böttcher, das Buch hast du da liegen, wer will nicht Bill, sein neues Buch. Ja, gerne, sehr zu empfehlen übrigens. Ja, der Werbeblock. Nein, aber der Name Bullshit Jobs, das bringe ich immer mit Sven in Verbindung, weil ich das bei Sven das erste Mal gelesen habe. So viele Menschen, die einfach Jobs machen, die sie gar nicht erfüllen, die sie gar nicht glücklich machen. Und deswegen sich vielleicht einfach auch stückweit danach sehnen, dass ihnen jemand sagt, so da geht es lang und hier ist das bedingungslose Grundeinkommen und das sind die Bedingungen dafür. Und ja quasi. Also wir müssen nochmal zurückspulen. Du hast ja gesagt, wie war das? Vielleicht sehen sich die Leute auch nach einer Führungsperson? Nein, nach einer starken Führungsperson? Vielleicht ist das einfach so, das ist jetzt einfach nur, es hat mal eine Umfrage gegeben, ich glaube, das war die Otto-Brenner-Stiftung. Das ist jetzt zwei, drei Jahre etwa her. Und da ging es genau darum, dass die, ein Großteil der unter 25-Jährigen sich eben nach einer stärkeren politischen Führung sehnt. Und also haben wir, haben wir sozusagen, wissen wir nichts mehr mit unserem Leben selbst anzufangen? Haben wir das in diesem System verlernt? Ist das das Ergebnis der Schulen, von denen du berichtest, dass sie keine Demokraten hervorbringen? Kann ich dir helfen? Sauberstaschentuch. Das war eine Höhe. Die Otto-Brenner-Stiftung hat über die Politikverdrossenheit da berichtet. Genau, da gab es aber irgendwie auch eine, genau. 20 Prozent der Nachwendekinder im Osten und fast ebenso viele im Westen finden, dass es einen starken Führer geben sollte. Ja, guck mal, also das ist das. Aber da finde ich auch schon wieder, das ist schon wieder komisch formuliert, weil die reden immer von Politikverdrossenheit. Das wird immer gerne genommen, aber ich glaube, das ist auch ein Feigenberg, weil man muss ehrlicherweise über Politikerverdrossenheit sprechen. Ich bin ein starker Führer, aber wenn du sowas forderst, dann bist du ja kein Demokrat. Dann bist du nicht eigenverantwortlich. Nee, genau, aber diese, das meine ich, aber vielleicht ist einfach ein, also was wäre, wenn sozusagen ein Großteil der Gesellschaft sagen würde, eigentlich gefällt uns das ganz gut, wenn wir so weitermachen. Ja, klar, also das ist ja, das ist ja die Konsumgesellschaft. Du bist vollkommen unpolitisch, du konsumierst viel bei Amazon und sonst wo und schaust deine Netflix-Sachen an oder auch bei Amazon, kann man auch gucken inzwischen und bist ansonsten unpolitischer Mensch und lebst so in den Tag hinein und lässt halt machen. Also wenn du aber Verantwortung abgibst, das ist ja im Kleinen wie im Großen. Also was ich, du hast jetzt hier eine Videoproduktion und gibst halt irgendwie den Schnitt an irgendjemanden ab und dann ist das Ergebnis nicht genauso, wie du es haben willst, weil du hast da nicht die Hand da drin. Das heißt also, wir müssen Verantwortung sowieso abgeben im Leben, ist die Frage, welche Verantwortung. Und es gibt also einen Bereich, den ich ungerne abgeben würde, weil der ganz starke Auswirkungen auf mein Leben hat. Das sehen wir jetzt ja. Also es gibt offensichtlich Leute, die sind bereit dazu, ihre Freiheitsrechte abzugeben, nur damit ihnen nichts Böses passiert. Genau. Und das ist, genau, die, und die auch jetzt sagen würden wahrscheinlich, ach so schlecht ist das doch alles gar nicht. Wir können mal temporieren, mal kurz auf Versammlungsfreiheit, auf, also Meinungsfreiheit sowieso, das ist ja, es steht zwar nicht drin im Gesetz, aber ist so, faktisch, siehe Amadeo Antonio Stiftung, YouTube und was da alles mit zusammenhängt, also da findet faktisch Zensur statt. Recht auf körperliche Unverselltheit wird demnächst kommen, also Zwangsimpfung, da werden wir mal von, ausgehen, oder Ungleichbehandlung, das heißt Geimpfte sind besser dann als diejenigen, die nicht geimpft sind, das ist ja gerade das Thema, unverselltet der, der, der eigenen Wohnheim, der eigenen Wohnung, ist ja auch, man darf jetzt inzwischen ja als Polizei überall mal reinschneiden und mal gucken, wie viele Leute sich da treffen, was war denn noch alles ausgesetzt, da waren eigentlich sechs, sechs Grundrechte waren das, die ausgesetzt waren insgesamt. Das heißt also, die sind darauf, die kann man mal temporär mal aussetzen, nein, kann man nicht. Das ist genau der Punkt, also wenn ich, wenn ich sowas freigebe, also das kann man unter bestimmten Voraussetzungen mal machen, dann bin ich sofort außerhalb der Demokratie, also das Verfassungsgericht hat mal gesagt, vor allen Dingen ist es ja dann auch kein Grundrecht mehr. Natürlich. Weil Grund heißt, ist da, bleibt da. Muss ich nicht verteidigen, ich meine, ich muss es doch verteidigen, gegen solche Honks, die das versuchen auszuhebeln, ist klar, das ist ja der Grund, weil du mich ja fragst, warum mache ich das, das ist also der Hintergrund immer dabei, das heißt, du musst ja wachsam sein, du bist der Hüter der Demokratie sozusagen und das ist ja jeder Einzelne im Staat. Und wenn ich jetzt auf freie Meinungsäußerung verzichte, weil ich meine, eine Meinung ist besser als die andere, das ist ja momentan das, was auf YouTube läuft, wenn sie was gegen die WHO sagen, dann muss aber gesperrt werden, das Video. Unabhängig davon, ob die WHO das Richtige erzählt oder auch nicht, oder ob die eine einheitliche Meinung hat oder sowas. Also die freie Meinungsäußerung ist konstituierend für Demokratie, ist eins der, das ist glaube ich sogar im ersten Rundfunkurteil drin, das zieht sich da wie ein roter Faden durch. Das heißt also, und die Medien sind Vehikel oder Instrument zur Meinungsbildung im Volke. Und wenn ich das aushebe, dann rüttle ich an den Grundfesten des demokratischen Systems, des Miteinanders. Und das kann man nicht aussetzen, dass genauso wenig wie die Menschenwürde auszusetzen ist, genauso wenig wie die anderen Freiheitsrechte auszusetzen sind. Und das ist auch nicht nötig. Also das heißt, diese, es ist ja, das hat ja der Paul Schreyer so wunderbar beschrieben, also diese Geschichte, wo wir jetzt drin sind, das ist ja lange Jahre vorbereitet worden, die sind alle schon geimpft worden. Und das, was wir jetzt sehen, ist ein System, was überhaupt mit dem eigentlichen Gesundheitssystem, was wir vorher hatten im Start, überhaupt nicht übereinstimmt. Das haben die einfach drüber gestülpt. Also wir hatten ja ein effektives System zur Pandemievorbeugung, kannten wir ja alles. Wir brauchen das Zeug gar nicht. Und wir sehen auch, wir sehen jetzt auch an den Sterbezahlen, ganz objektiv, es hat nichts stattgefunden. Hier ist nichts Gefährliches. 972.000 wären an Toten zu erwarten gewesen. Wir hatten letztes Jahr 982.000, Entschuldigung, 962.000 wären erwartet gewesen, 972.000 hatten wir. Hurra! 10.000 drüber. Wir hatten Jahre, da waren wir schon mal 30.000 drüber. Also gerade das Jahr 2018, da hätten wir, glaube ich, 932.000 oder was erwartet gewesen, da waren wir bei 956.000 oder was in der Richtung an Toten. Und wir haben immer über die Jahre hinweg steigende Todeszahlen, weil jetzt halt die ganzen geburtenreichen Jahrgänge alt werden und die sterben halt jetzt häufiger weg. Das ist klar. Also einfach, weil sie halt über 80 sind zum Beispiel. Und da haben wir jetzt auch so eine Riesenglocke, die wird immer größer momentan. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr alte Leute in der Rente. Das ist auch schon mal durchdiskutiert worden. Das weiß jeder. Wer noch Norbert Blüm da in Erinnerung hatte? Die Rente ist sicher. Genau, die Rente ist sicher. Dann wissen wir also, dass immer mehr Alte jetzt da sind, die wir als Junge durchzufliegen haben. Bitte Rente, das ist das eine Thema. Aber jetzt weiß ich auch, okay, mehr Alte heißt, mehr Sterbende. Das heißt, über die Jahre von 2010 bis jetzt hatten wir immer steigende Sterbezahlen. Hat sich nie jemand drüber aufgeregt. Und jetzt auf einmal ist es ein Riesenproblem. Wenn wir 10.000 drüber sind, ich weiß nicht, das sind ein Prozent, noch nicht mal. Also 962 zu 972.000, ungefähr ein, zwei, noch nicht mal ein Prozent, glaube ich. Irgendwo so ein Dreh ist das. Und dennoch ist für mich, ich möchte nochmal darauf hinaus, dieses, ob die Krise grundsätzlich auch notwendig ist, also, ob es nun Corona heißt, oder wie auch immer man es genannt hätte. Die Krise ist schon älter. Die Krise hat ja schon viel früher angefangen. Um tatsächlich einfach wieder zur Menschlichkeit zurückzufinden. Nein, wirst du nicht mehr. Die Leute sind weg. Also vergiss es. Es werden auch diesmal keine Alliierten kommen, die das irgendwie alles freiräumen. Ist ja auch nur ein Bei-Effekt gewesen. Die wollten eigentlich was anderes, das wissen wir inzwischen ja auch. Also das heißt, das, was jetzt kommen wird, ist eine relativ dunkle Zeit. Davon gehe ich aus. Aber die Sendung heißt After Dark. Ja, tut mir leid für dich. Also ich bin da, also dystopisch vielleicht, also auch so ein bisschen so eine Anwandlung von Dirk C. Fleck. Der ist ja auch nicht gerade der Optimist, was die Zukunft anbelangt. Also das ist eine, das wird jetzt eine richtig dunkle Gesellschaft werden. Und wir werden halt in solche Sachen hineinlaufen, die auch nicht aufzuhalten sind. Also Denunziationen werden an der Tagesordnung sein. Davon gehe ich aus. Wir werden Zwangsimpfungen haben. Wir werden, also wenn nicht bei uns, dann wenigstens in den Nachbarländern. Wir werden eine starke Einschränkung der Reisefreiheit haben. Du wirst dich nicht mehr frei bewegen können. Und wenn es nicht das ist, dass du nicht über die Grenze darfst, dann hast du jetzt vielleicht so ein neues, modernes Auto von Tesla oder sowas. Das zieht sich dann halt neue Software runter und dann wird einfach mal mit dem neuen Programm bestimmt, dass du vielleicht nur innerhalb eines 30 Kilometer Radius mit dem Auto fahren kannst. Und danach versagt das Auto wie von Geisterhand seinen Dienst. Das sind ja alles solche Sachen, die jetzt kommen. Das heißt, man kann deinen Bewegungsradius auf einmal bestimmen, wenn man, wenn man wollte. Und alle sagen, das machen die doch nie. Aha, ja, von wegen. Damals als Facebook rauskam, war ich der Erste, der gesagt hat, Leute, ihr könnt doch nicht Facebook nehmen. Ihr habt doch, E-Mail habt ihr schon lange. Ihr habt eigene Foren. Warum nutzt ihr Facebook? Was soll der Blödsinn? Ja, total toll. Da kann ich mal ganz einfach und so. Ja, aber das ist doch jemand anders, der da deine Daten verwaltet. Was soll der Blödsinn? Nö, macht doch gar nichts. Und jetzt siehst du, was passiert. Zack, jetzt, wenn ihr in Facebook drin bist, du postest irgendetwas, was entgegen den WHO-Vorgaben ist, zack, ist das Posting gelöscht. Und das finden die immer noch gut. Also wirjenigen, die uns darüber aufregen, wir sind vielleicht 10%, wenn es hochkommt, vielleicht 20%, es werden vielleicht auch ein bisschen mehr werden, aber wir werden nie, zumindest nicht in naher Zukunft, über die Hälfte der Bevölkerung kommen, dass die sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Die sind eingelullt, die sind Tagesschau-hörig und das mit den Medien funktioniert ja wunderbar. Ich meine, das ist schon wieder so ein Vergleich zur NS-Zeit. Ich meine, die haben ja herausgefunden, wie gut man über Medienleute manipulieren kann. Und offensichtlich auch Bernet gelesen. Also das Buch Propaganda gelesen. Und heute heißt es dann PR, aber es ist eigentlich noch das Gleiche. Also wie bringe ich mit Massenpsychologie Leute in eine bestimmte Richtung, die ich haben möchte? Das funktioniert. Die wissen, wie es funktioniert. Und wir sind, ich muss einfach sagen, wir haben keinen Effekt. Das hat ja, glaube ich, auch bei dir in der Runde, hat das Dirk Pullmann auch gesagt. Das heißt also, wir können eben nicht dafür sorgen, dass jemand seine Stellung verliert. Wir sind nicht in der Position. Ich glaube, also ich sehe es halt so, jeder kann im Moment einfach das tun und beitragen, was er kann. Also was sozusagen seine Kompetenz ist. Derjenige, der irgendwie versucht, den Leuten eine gute Zeit in der Stadt zu machen, weil er damit Gitarre spielt und Straßenmusik spielt, ist genauso wertvoll wie du, der du irgendwie tief in Recherchen reingehst oder jemand, der keine Ahnung, alten Damen beim Einkaufen hilft. Also einfach wieder in diese, also ich glaube und also ich bin da nicht so dystopisch wie du, dass, ja, ich glaube, dass eine Riesenchance darin liegt, zu erkennen, worum es wirklich geht im Leben. Und ich wünsche mir oder ich hoffe, dass immer mehr Menschen das erkennen und nutzen. Und ich nehme wahr, in meinem Umfeld, dass immer mehr kommen, die das checken, also die die Chance sehen, die sagen, das Glas ist, gut, hier ist es halb leer, aber das Glas ist halb voll und nicht halb leer, deins ist halb voll. Also auf das Glas müssen wir schauen. Und dass dann irgendwie so ein Effekt eintritt, der also in dem kollektiven Bewusstsein einen Wandel bringt. Passant. Und wir natürlich, und wir natürlich, also dass das nicht von heute auf morgen vorbei ist, ist klar. Also ich glaube, das wäre naiv zu glauben, irgendwie morgen zieht jemand den Stecker und es geht weiter wie, davor, nee, das wird nicht passieren. Aber dass wir eine gute Chance haben, eine lebenswerte Zukunft hinzubekommen, wo auch die, die jetzt im Moment vielleicht noch am Zweifeln sind, sagen, also das möchten wir eigentlich auch. Eigentlich möchten wir, also die ist da und da glaube ich dann wieder an das, also an dieses, im Universum kommt alles immer in den Ausgleich. Also es gibt das Minus, es gibt Plus und am Ende muss es wieder irgendwie sich in der Mitte treffen. Und darauf... Das ist nämlich, das ist so eine Sichtweise, ist es wirklich so, dass alles in den Ausgleich kommt, alles, also equal, also alles gleich gemacht wird? Also über die Zeit auf jeden Fall. Ja. Nee, eigentlich nicht. Doch, also das, also das ist so eine Sache, vielleicht müssen wir da zwei Seiten drüber machen, das ist nämlich ein gutes Thema, was du aufgemacht hast. Der Chemiker würde sagen, alles strebt zur maximalen Unordnung, also zum Ausgleich. Also alles ist gleich verteilt in der Umgebung, dann hast du, also das höchste Maß an Entropie und dann ist es sozusagen... Das müssen wir jetzt wieder im Duden nachschlagen, erklär das. Also das höchste Maß an Unordnung. Das heißt also, dann hast du auch den niedrigsten Energielevel. Das heißt also, wenn du jetzt hier... Also ist das die Diffusion, wenn irgendwie Zweiflüssigkeiten... Genau, also das wäre so ein Ding, also die Diffusion passiert deswegen, weil alles zum höchsten Maß an Unordnung strebt. Oh toll, ich habe wieder nur das Wort gelernt, das ist ja großartig. Entropie. Genau. Wenn du jetzt also hier dieses Buch hast, dann ist da eine gewisse potenzielle Energie drin. Es liegt ja auf dem Tisch und ich könnte es ja auch runterschmeißen. Das heißt also, auf dem Fußboden ist also das Energiemaß von diesem Buch oder die potenzielle Energie von einem Buch niedriger als auf dem Tisch. Und als Biologe gucke ich da drauf und denke so, nee, das stimmt nicht. Also das ist... Also zum Beispiel, die Biologie strebt ja genau nicht danach. Die Biologie ist der Inbegriff von dem Höchstmaß an Organisationen. Also das kommt ja irgendwie... Das ist eine coole philosophische Geschichte. Also irgendwie kommen wir aus der Anorganik. Also irgendwie aus dem Anorganischen und dann entsteht das Organische daraus. Ich rede jetzt nicht von den chemischen organischen Substanzen. Das wäre dann Kohlenstoffverbindung. Okay, kennen wir. Sondern wir wirklich also von biologischen Verbindungen. Also auch oder sagen wir mal Molekülen, die im Biologischen gebraucht werden. Wir wissen von diesen von diesen frühen Stanley-Miller-Experimenten, dass du einfach nur Energie reinstecken musst in ein System und unter bestimmten Voraussetzungen entstehen dann alle Moleküle, die du zum Leben brauchst. Also Aminosäuren, Nukleinsäuren, Fette, alles mögliche. Und dann kannst du Proteine aufbauen, kannst halt deine Erbsubstanz aufbauen, kannst eine Zellunggrenzung aufbauen und darauf basiert die ganze Biologie. Aber damit ist sie ja noch nicht organisiert. Nur weil es ja automatisch, weil sich alles bildet, wie du eben gesagt hast, irgendwie ist es ja deswegen noch nicht organisiert. Also quasi fehlt ja noch der Plan. uns wird ja als Evolutionist, der ich ja eigentlich auch gelernterweise bin, aber ich hinterfrage ja trotzdem nochmal, zwischendurch ist das alles richtig so, wird mir ja gesagt, das Ganze entsteht durch Zufall. Das heißt also irgendwie, es gibt also die ganzen Substanzen, die ich da brauche, also meine ganzen chemischen Elemente. Das ist ja im Wesentlichen, das reizt sich ja um Kohlenstoff und ein paar Metalle und daraus baue ich die ganze Biologie zusammen. Okay. Und das hat sich durch Zufall entwickelt. Stimmt das? Also reiner Zufall kann es nicht sein. Wissen wir ja einfach nicht. Nein, aber das ist genau, da würde ich zum Beispiel sagen, nein. Genau. Ja, genau. Also jetzt gibt es dann die Leute, die spirituell unterwegs sind. Es gibt keinen Zufall. Genau. Die sagen, also die spirituellen Leute sagen, da ist also eine führende Hand im Hintergrund. Als Metapher. Also irgendetwas, also eine Entität, die halt irgendwie das Ganze organisiert. Ja, und da ist vor allem auch eine Kraft, mit der man ganz viel selbst gestalten kann. Genau. Also mit der man sozusagen selber zum Schöpfer des eigenen Lebens wird. Genau. Allerdings, also ich bin jetzt gerade 4,2 Millionen Jahre, Milliarden, Milliarden in der Vergangenheit. Und also ganz am Anfang der Erde sozusagen. Und jetzt ist die Frage, also Leben entsteht, aber dass das alles durch Zufall, also dass da die Natur immer gewürfelt hat und irgendwann kam halt mal zustande, dass dann sich DNA organisiert, dass sich RNA organisiert, dass sich halt eine Zelle organisiert. Ich glaube, also als Naturwissenschaftler würde ich sagen, es ist gerichteter Zufall. Also ich halte es für zu unwahrscheinlich, dass das einfach so mit totalem freien Zufall laufen kann. Genauso wie wenn man programmieren kann, kann man ja sagen, was ich, würfel mir bitte nicht irgendwelche Zufallszahlen, sondern würfel mir die Zufallszahlen in den Bereich von zwischen 1 und 2 zum Beispiel. Dass man quasi links und rechts Leitplanken einschlägt und in diesem Bereich bewegt sich das Ganze dann. Dann kann ich mir vorstellen, dass sowas entsteht. Und das Interessante ist ja offensichtlich, es will ja entstehen. Also ich stecke Energie in das System rein und irgendwie will sich was höheren. Also Biologie, Natur als Inbegriff von höchster Organisationsstufe entgegen dem, was die Chemiker sagen. Das heißt also, das Ziel des Ganzen ist eben nicht die totale Gleichheit, also die totale Unordnung, sondern offensichtlich die totale Ordnung. Auch das Planetensystem, das ist ja, guck dir das Ding an, das ist höchst organisiert und dann kriegst du auch noch so nebenbei mal so mit. Das Ganze ist auch noch irgendwie, also das sind Obertonreihen quasi. Das ist also die Entfernung und so weiter und auch die Umlaufgeschwindigkeiten, die organisieren sich auch noch nach Obertonreihen, also nach ganzzahligen, vielfachen von dem anderen. Klingt man so, was ist das denn jetzt neuerdings? Also das ist hoch organisiert, die ganze Geschichte. Und das, welcher Ausgleich? Also ja klar, ich hab dann einmal da Minus und einmal da Plus. Ching und Yang könnte man sagen. Aber den Ausgleich war nicht einfach mehr über so, also wie gesagt, über mehrere Leben, über so unser, also ja, ich krieg's gerade gar nicht in Worte gepackt. Ich hab einfach, sagen wir mal so, ich glaube, wenn man positive Energie reingibt, ja, und wenn man quasi in der Utopie bleibt und nicht in die Dystopie geht und wenn man das mit vielen schafft, in die Utopie zu gehen, dass sich das auch materialisiert. Und deswegen, deswegen lehne ich, also ich möchte gerne der Dystopie nicht zu viel Energie geben. Nein, also dass ich das so sehe, heißt ja nicht, dass ich nicht dagegen angehe. Also das wäre ja sozusagen, also ich geb jetzt hier auf, hänge die weiße Fahne raus und sage, hat ja alles sowieso keinen Sinn. Also mich wirst du hier höchstens mit den Füßen voran und rausschleifen. also nee, also das, auch wenn die Lage aussichtslos scheint, so würde ich es trotzdem sagen, es lohnt sich trotzdem dafür einzustehen. Also das, und wenn es nicht in meinem Leben passiert, dann halt später. Also das, also die Frage ist halt, erleben wir das noch? Das ist aber glaube ich, das, was Jens auch mit dem Ausgleich meint. genau. Ja, ja, klar. Man ist in einem Leben Opfer und im anderen Täter. Man ist in einem Leben reich, im anderen arm. Also einfach über, das muss er nicht sagen. Also das wäre ja schlimm. Also das, also Opfer und Täter, da gibt es einen Zusammenhang. Aber wenn es der, aber wenn es der, also so verstehe ich das, ja, wenn es, wenn es der Seele um Erfahrungen geht, also wenn die Seele nicht bewertet, sondern wenn die Seele jede Erfahrung, ich sage mal, als neutral, als Erfahrung sieht, dann ist alles quasi gar nicht schlimm, sondern dann ist es eben einmal so und einmal so. Also ich, Von welcher Seele reden wir jetzt? Reden wir, Seele im Sinne von Anthroposophie oder reden wir Seele im umgangssprachlichen Bereich? Seele im Sinne von einer Energie, die, die wir nicht ergründen können. Also dein Geist eigentlich. Ja. Genau. Ja, ja, also die, die Frage ist halt, was steckt dahinter? Also sind wir nur diese Bio-Roboter, als die wir von einigen gesehen werden? Eben nein, das ist, also für mich ist das ein klares Nein, für mich, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, das ist mir alles zu, ja, also, ich meine, man muss nur rausgehen in den Sternenhimmel gucken oder man muss sich einfach den Mond anschauen oder man geht, morgens wacht man auf und sieht die Sonne und denkt irgendwie, wie gigantisch, dass dieser, dass dieser Feuerball A immer Energie hat und dass er im richtigen Abstand zu uns steht, sodass wir nicht wirklich verbrennen, aber das Leben möglich ist. Was ist überhaupt Wasser? Also was ist das? Gut, das kann man jetzt chemisch, gibt es da eine Formel führen, aber also woher kommt das? Wieso ist das da? Wieso kann ich meine Hände so bewegen? Wieso kann ich meinen Kopf so drehen? Also welche Prozesse, das kann man alles sicherlich irgendwie mit dem Verstand, also wissenschaftlich erklären, aber diese Erklärung kommt nie an den Punkt, wie genial das alles ist und wie, doch schon. Also es gibt so Punkte, auch wenn du Biologe bist und du guckst halt so, nicht das Äußere, ich gehe ganz rein in die Zelle so und wenn du siehst halt mit welchen, mit welchen, es ist ja ein Mechanismus, mit welchen Mechanismus zum Beispiel DNA vervielfältigt wird, im Original, also egal ob bei Bakterien oder bei uns Eukaryoten. Es ist so fein aufeinander abgestimmt und dann stellst du die Frage, Zufall? Fragezeichen. Dann, dann schließt du von der Seite, nee, never ever, das kann kein Zufall sein, also wie gesagt, kein freier Zufall, auf gar keinen Fall. Zufall in einem gewissen Rahmen, ja, also ein gerichteter Zufall, darauf will ich hinaus. Oder du sagst, du bist ein religiöser Mensch, ich bin selber auch Christ, du sagst, da ist eine richtende Hand, die das Ganze führt. Also ein Schöpfer dahinter, Kreationismus ist das ja dann. Und ich habe darauf noch keine Antwort. Also kann ich nicht, das ist also, das ist unsere Themengebühr, wo ich sage so, ja, lohnt sich darüber nachzudenken. Also einfach mal so. Ja, woher kommt auch Kreativität? Woher kommt dein Gedanke? Woher kommt das, was du gerade sagst? Also jetzt, also woher kommt das? Was ist, wo ist die Quelle? Also das, das wäre mir, also da gibt es die biologische Erklärung, da gibt es die chemische Erklärung, da gibt es die physikalische Erklärung. Du meinst, dass sozusagen, der Gedanke kommt ja aus deinem biologischen Denkapparat, dem Gehirn, aber ist der wirklich, ist das wirklich nur das Zusammenwirken der Neuronen, die da sich miteinander unterhalten? Genau. Oder ist das, ist das obendrauf? Genau. Also genau, wir haben ja schon zum Beispiel das Problem, dass wir, wir werden ja oft mit dem Roboter verglichen, das passt nicht zusammen. Beim Roboter hast du Hard und Software, bei uns ist Hard und Software ineinander verschränkt. Das ist also quasi das, wenn man das vergleichen würde, dass also quasi jemand auf den RAM- und ROM-Bausteinen quasi ständig neue Verdrahtungen macht und immer wieder neu, also live das Ganze neu verdrahtet und sozusagen die Verdrahtung in unserem Gehirn sich ständig umändert und das schon, also quasi die Hardware, auch die Software-Seite bestimmt ständig und auch sich selbst neu programmiert. Geht ja beim PC gar nicht. Also diese neuronalen Netzwerke, um das Stichwort zu nennen. Und ja, das ist untereinander verbunden. Es gibt ja hier Skeptiker, also ihr hattet ja einen da, also den, wie heißt er nochmal, Marc Benecke, genau. Wenn er ihn fragt, ich weiß nicht, was er darauf antworten würde. Also normalerweise müsste ein Skeptiker fragen, ja, man müsste ja sagen, das ist der Körper, der Geist, hat damit nichts zu tun und ich kann vielleicht irgendwann mal den Inhalt meines Kopfes irgendwie rausziehen auf einen RAM, auf einen USB-Stick oder sowas, mit so einer schönen USB-Schnittstelle hinter dem Ohr oder sowas und dann ist der Körper alt geworden, 80 Jahre, läuft nicht mehr so richtig, reparieren lohnt sich nicht, also hole ich mir einen neuen Avatar. Und stecke da den USB-Stick rein und kopiere mal eben einen ganz kurzen Inhalt und dann bin ich so bei, wie heißt das, dieser Film, wie hieß der denn nochmal, es gibt so viele Filme, die sowas ähnliches haben, vom Motiv her, auch so Science-Fiction-Filme, dass du halt quasi dann halt in einem neuen Körper überlebst. So, das ist die Frage, habe ich jetzt wirklich einen Geist übertragen oder was habe ich da übertragen? Ist das wirklich noch der gleiche, den ich da hatte? Auch diese Beobachtung, dass halt Leute ein Organ transplantiert bekommen und sich auf einmal, also auf einmal irgendwie eine Komponente vom Geist hinzu, also es ist ja ihr eigenes Gefühl, aber sie fühlen halt, dass da jetzt auf einmal was anderes noch dabei ist, also dass sie nicht mehr sie selbst sind, sondern dass da noch was dazugekommen ist. Das ist ein total interessanter Gedanke. Aber die Frage ist, muss man darauf überhaupt unbedingt Antworten haben? Die Frage ist, ob es etwas verneint. Ist es relevant, ob es ein Schöpfer ist oder Zufall? Ist das überhaupt wirklich relevant? Ich bin gerade wieder bei Faust. Also ich bin der Geist, der stets verneint. Also das heißt, also die Geister, also die, die immer das verneinen, das ist tödlich. So geht keine Wissenschaft. Also auch wenn ich als Biologe sage, ich beschäftige mich mit dem materiellen Bereich, also ich bin sozusagen der Biomechaniker hier so und gucke mir das an und alles, was da sonst kommt, das machen halt vielleicht die Psychologen oder sowas in der Richtung, wenn ich nicht gerade Neurologe bin oder sowas, aber ansonsten beschäftige ich mich damit weniger. Aber ich sehe doch, dass da was ist. Das heißt, also ich sehe einen Effekt und diesen Effekt zu verneinen, das ist der Anfang vom Ende von Wissenschaft. Also das ist das Coole daran eigentlich. Also ich sehe was, da ist was. Auch ich weiß, also Marc Benecke zum Beispiel ist jemand, der sagt ganz häufig was zum Thema Placebo-Effekt und 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 sag schon Homöopathie. Also er hat dann immer ganz demonstrativ irgendwie so ein ganzes Glas voller irgendwelche Globuli gelehrt und gesagt, also hat ja keine Wirkung und keine Nebenwirkung. Offenbar hat das ja eine Wirkung bei den Leuten, die es nehmen. Also ob das jetzt bei mir wirken würde, weiß ich nicht. Also bei mir wirkt es perfekt. Wir benutzen das in der Familie seit vielen Jahren und es funktioniert tatsächlich. Also es ist auch nicht eine, ja gut, vielleicht wenn es ein Placebo ist, ist es doch super. Ja genau. Dann wirkt es ja. Also viele Medikamente, die keine Placebo sind, haben ja große Schwierigkeiten überhaupt erstmal über den Placebo-Effekt drüber zu kommen. Genau. Das heißt also offenbar ist da eine Wirkung da und dann gibt es also einen Selbstheilungseffekt. Also viel ist in der Biologie und ist ja sowieso alles Selbstheilungseffekt und Medikamente unterstützen das im Zweifelsfall nur und aber erstmal so ein Medikament zu finden, was wirklich unterstützt und keine großen Nebenwirkungen hat, ist ja auch nochmal so ein Ding. So und das reicht doch schon. Das heißt also ich sehe, aha da ist ein Effekt. Warum gehe ich dagegen vor? Also ich kann natürlich mich echauffieren und sagen, also hör mal zu, also das was der Homöopathist da an Geld für seine Kügelchen haben will, da können wir nochmal über den Preis reden. Bin ich dafür? Da gibt es auch mal eine tolle Sache von Eckart Hirschhausen heißt er glaube ich. fand ich lustig, wo er dann sagte irgendwie, was war das? also er hat dann also sich ganz lange mit dem Homöopathen unterhalten und wie war das? Und dann hätte er dann halt, also auch hat er Verständnis und er hat sich lange mit ihm da beschäftigt und am Ende hat er eine Rechnung von 400 Euro bekommen und solche Geschichten halt und ein paar Globuli. Ja wobei ich glaube, dass diese, das ist, also ich kann da nicht so drüber lachen, weil ich finde, dass eben gerade das, was so wirkungsvoll ist, ja immer dadurch auch in so eine Ecke. Hast du noch gar nicht die Pointe abgewartet? Bitte Markus. Genau. Und dann kam halt, die Pointe war halt, also ja, also jetzt gebe ich ihm Globuli, das ist also stark verdünnt, aber das ist genau das, was ihr Körper gerade braucht. Und dann kriegt er halt die Rechnung von 400 Euro, was das war und dann hat er ihm dann glaube ich vier Cent überwiesen und hat gesagt, ja das ist jetzt stark verdünnt, aber das ist genau das, was ihr Portfoli jetzt gerade braucht. Also da ist ein gewisser Witz dabei, kann ich verstehen. Also die Frage ist halt, also brauche ich unbedingt die Globuli, wenn ich sage, es ist ein Placebo-Effekt, kann ich den ja auch anders herbeiführen. Also ich muss bei dem Rezipienten, bei dem Patienten, muss ich also irgendwie den Glauben herbeiführen, dass das eine Wirkung hat, was ich da tue. Es gibt darüber ganz interessante oder eine ganz interessante Untersuchung von Selma Ginger, die hatten wir hier auch mal in der Sendung, die selbst Homöopathin ist. Ihr Ur-Ur-Großvater hat da Studien und Experimente zu gemacht, Professor Dr. Gustav Jäger und der hat festgestellt, dass Homöopathie über die Nase wirkt, also übers Riechen. Das würde jetzt quasi zu weit führen, aber kann ich wirklich für all diejenigen, die das, die da tiefer einsteigen möchten, kann ich das sehr empfehlen. Können wir auch gerne hier. Das ist einer der ältesten Sinne, die wir haben. Ja, genau. Insofern macht das Sinn. Die Frage, würde ich Homöopathie nutzen? Ja, aber na klar, warum denn nicht? Wenn ich sehe, das ist wirksam. Siehst du, und da sind wir genau wieder an dem Punkt, an dem wir auch schon zu Beginn des Gesprächs waren. Es geht doch am Ende darum, in Eigenverantwortung sich das Beste aus allen möglichen Dingen rauszusuchen. Das ist doch das, wie wir eigentlich uns wünschen würden, dass wir sagen, der Mensch braucht kein betreutes Denken, sondern der Mensch braucht eine gute Intuition, ein gutes Körpergefühl, ein gutes Gefühl für sich selbst. Das muss gefördert werden, um entscheiden zu können, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Ja, aber, also ich würde jetzt bei uns beiden würde ich sagen, okay, also das klappt. Also du kommst in den Raum rein, du checkst so die Leute ab, da ist der Spock, da ist der Jens und ich kann sagen, ich bin gerne hier, weil ich merke, also da ist so eine Aura, die ist angenehm, das macht Spaß mit euch. Es gibt aber unter uns ein Prozent vielleicht Leute, die sind halt Psychopathen. Kann man mir anders sagen. Das sind Leute, die sind einfach nicht ganz gerade verschaltet oben im Kopf. Die haben keine Empathie, die haben Schwierigkeiten mit ihrem Sozialverhalten, die haben, würde ich sagen, pathologisches Sozialverhalten. Und das, was wir beobachten, sind ja Phänomene, jetzt zum Beispiel Bill Gates oder wen auch immer, das sind Leute, denen würde ich ein gewisses Defizit andichten wollen, was so ihre sozialen Kompetenzen anbelangt. Ja, und komischerweise sind das immer die Leute, die halt in Machtpositionen geraten. Das heißt, also das derzeitige System, was wir haben, begünstigt, genau wie die Wikipedia das mit ihren Leuten begünstigt, dass solche Leute halt irgendwie Macht ausüben können. Ja, aber sie können die Macht nur ausüben, weil wir ihnen diese Aufmerksamkeit geben. Und das ist, das ist der eigentlich unbedingt, du wirst ja eingeschränkt. Das heißt, also du kannst ja, wenn die jetzt sagen, wir machen hier einen Lockdown, dann sagst du ja, geh mal doch los mit Lockdown, ist mir wurscht, also was ich, Ausgangssperre, ja, ich gehe trotzdem raus. Dann wirst du halt Polizisten auf der Straße haben, die dich an deinem Spaziergang hindern. Ganz klar. Oder also vollkommen irrsinnige Sachen, da macht jemand in Berlin, habe ich gerade gesehen, macht eine Demo, stellt sich da mit einer ABC-Gasmaske hin und kriegt vom Polizisten prompt eine Ordnungswidrigkeit, weil die Gasmaske nicht der Verordnung entsprechen würde. Was will er denn noch? Also das heißt ja im Klartext, ich kann mit so einer Hochdruckkombination kommen wie bei Outbreak, ja, und wäre also voll geschützt und dann sagt der Polizist entspricht nicht der Verordnung, setzen sie bitte eine OP-Maske auf, die, Klammer auf, die überhaupt nicht wirkt, Klammer zu, ja. Das ist, verstehst du also, das heißt also, du wirst von, Entschuldigung, du wirst von anderen Leuten an deiner Freiheit gehindert und das ist also ein Prozess, weil du vorhin fragtest, also von wegen, also es ging ja in Richtung Aggression, also bist du gegen etwas oder bist du für etwas? Und es ist leider so, wenn, also es kann der, der friedlichste Mensch nicht in, in Frieden leben, wenn der, der böse Nachbar es nicht will, glaube ich, so war der Spruch. Also wenn du von, von jemanden, ähm, ähm, bedrängt wirst, dann musst du dich irgendwann verteidigen und das in diesem Fall ist es halt so. Das heißt also, es werden dir immer mehr Freiheitsrechte weggenommen und irgendwann bist du halt in der Position, dass du zurückschlagen musst. Das ist dein, das ist dein Recht auf Selbstverteidigung. Oder in diesem Falle einfach ziviler Ungehorsam wärst, also du musst jetzt nicht den Polizisten vertrümmeln, sondern du sagst, also ich gehe ja trotzdem raus, machen sie ihre, ihre, ihren Schrieb da fertig und dann gehe ich ja trotzdem weiter, ne, kann man ja auch machen. Aber, ähm, aber das wird ja kommen. Das heißt so, du wirst also immer, äh, immer jetzt diesen Test haben. Das heißt also, äh, es gibt ein Freiheitsrecht, was man, was man dir beraubt und du sagst, ist mir egal, ich mach das trotzdem anders. Also ich hab dann mein Recht darauf, ne. Aber vielleicht muss es, vielleicht muss es am Ende, das ist meine Hoffnung, noch schräger kommen, es muss noch verrückter werden, damit noch mehr Menschen checken, so, dass, die checken das nicht. dass dann, also eine kritische Masse entsteht, die das Ganze. also du, wir reden jetzt von den Leuten, die, die halt noch selbstständig denken können, aber die meisten checken das doch nicht. Also du wirst jetzt natürlich immer, wie du sagst, also da glaube ich, dass viele Leute jetzt noch, noch auf unsere Seite wechseln werden, also die unentschlossen sind, die das Ganze angucken und sagen, also irgendwie passt das Ganze nicht zusammen. Also denen sozusagen halt, die, die Verbindungen fehlen, also Missing Link, ne. Also sagen, oh, oh, jetzt hab ich ihn gefunden, was ist das jetzt hier für eine Aktion? Oder sie haben aus ihrem eigenen, persönlichen Leben, haben sie jetzt irgendwie eine, einen Moment, wo sie merken, das passt nicht zusammen. Das, was die mir erzählen, stimmt nicht mit dem überein, mit meiner persönlichen Erfahrung. Die fühlen mich an der Nase rum. Das ist der erste Moment, das war ja bei uns genauso, das ist der erste Moment, dass man, dass man aus, ausschreit und dann halt die rote Pille nimmt und aus der Matrix sich dann ausklingt. Aber ich glaube, dass gerade bei diesem, bei diesem massiven Medienangebot, was wir, was wir gegen uns haben, dass, dass, dass die anderen sind immer am längeren Hebel, wie Dirk sagt. Also wir haben nicht die Macht, die die anderen haben. Ich bin schon wieder nicht einverstanden mit der Seite. Unsere Seite, deren Seite. Ich krieg langsam, immer wieder mehr Abscheu davon. Ich will, dass wir alle eine Seite sind. Ja, das wäre schön, aber das, du arbeitest ja gegen Psychopathen. Aber wir können damit anfangen, aufzuhören, immer davon zu reden. Naja, ich habe neulich ein Interview gemacht mit Gunnar Kaiser und Gunnar hat über Narzissten, also das Interview wurde nur inspiriert dadurch, dass er ein ganz kurzes Statement abgegeben hat zum Thema Narzissmus und Narzissten und er hat halt gesagt, das Problem ist, dass wir, wenn wir denen Aufmerksamkeit geben, die nähren sich davon. Also das ist sozusagen Energie für die. Und ich glaube auch, also da sind wir wieder bei einer Hoffnung, nennen sie von mir aus auch naiv, aber es ist zumindest etwas, woran ich glauben möchte, dass wir tatsächlich die Kurve noch kriegen. Und ich, ich, nein, er zeigt schon immer die Uhr. Nein, ich finde, ja genau, wir sind schon glaube ich bei zweieinhalb Stunden oder so, aber es macht riesig Spaß mit dir. Also wir machen jetzt schon quasi zwei Gespräche in einem. Mach ruhig weiter. Jetzt muss man auch nur noch zu Musik fahren. Wir haben auch noch nichts zu Musik gemacht. Wir haben noch gar nichts zu Musik, das machen wir auch gleich noch ganz kurz. Nein, also ich, ich, ja, ich, ich versuche gerade ein Gefühl, also ich will dir ja freuen, also, sagen wir mal so, ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst. Ja, also ich, im tiefsten Sinne meines Herzens, ich hoffe, dass es so stattfindet. Und es wäre auch so, dass, ja, auch wenn ich jetzt wütend bin über, über das, was einige Leute in der Wikipedia machen, also ich würde mich ohne Probleme mit einem, gut, mit dem Felix habe ich mich ja zwangsweise jetzt getroffen vor Gericht. Und ich glaube, mit dem kann man sicherlich auch reden. Aber allerdings halt, was das Thema anbelangt, anscheinend nicht. Also ich würde mich auch mit einem Co-Pilot treffen, aber der will ja auch nicht. Das hatten wir auch schon mal. War übrigens hier in Hamburg. Das war ja, also ich hatte ja hier in Hamburg ein Seminar gegeben zur Wikipedia. Und just zu dem Zeitpunkt haben die sich gerade ausgesucht, den Paul Schreyer fertig zu machen. Und das war live quasi. Also wir hatten am Freitag, Samstag hatten wir Seminar. Und die haben wirklich Freitag angefangen, halt sich diesen Artikel von Paul Schreyer vorzunehmen. Dann habe ich gesagt, okay, ich schmeiße alle meinen gesamten Lehrplan über Haufen. Wir gucken uns jetzt mal an, was hier live passiert. Und ich habe denen das vorausgesagt, was passiert. Ich habe gesagt, ungefähr in welcher Reihenfolge die Leute auftauchen. Also Co-Pilot, JD, Vieh und wie sie alle heißen. Und das taucht, also bis auf ein paar Abweichungen, taucht das auch genauso auf. Und die waren alle komplett begeistert. Wie kann der das sagen? Ich so, ja gut, ich kenne meine Pappenheimer. Und dann kam halt die Aufforderung, haben sie sich schon mal mit dem unterhalten. Also mit dem Co-Pilot. Dann habe ich wirklich dem, bei dem Seminar noch mal eine Mail geschrieben. Also eigentlich auch ganz nett. Und von wegen, also eigentlich wollte ich mit dem, würde ich immer in Kontakt kommen. Aber nein, es geht nicht. Also zumindest bei denen geht es nicht. Vielleicht geht es über Musik. Ist das nicht ein schöner Übergang? Er ist ja Musiker. Ja, er ist auch okay. der ist Klavierspieler an der Uni Oslo. Aber ich meine, das wäre doch was, eine Band zusammen. Also ich meine, und der heißt die Wikipedia, die Band. Ja, ja, fragt der, nee, sagt der, der Schlagzeuger zum Bassisten, morgen spielen wir in Hannover. Sagt der Bassist, gegen wen spielen wir denn? Ungefähr die Kategorie wäre das dann, Typisch Musikerwitze, genau. Aber, aber Musik ist jetzt mal noch mal ein gutes Stichwort zum Schluss, oder? Ja, guck mal, habe ich die Kurve jetzt gut gekriechen? Ja, mach mal Kurve. Du bist ja auch, du bist ja letztendlich als Produzent auch Musiker. Ich meine, so viele Musiker, ich spiele auch gerne Klavier, obwohl ich es nicht besonders gut kann, aber Musik ist für mich auch einfach wichtig, und ich höre gerne Musik, und ich finde, Musik ist irgendwie eine schöne, schöne verbindende Brücke zum Schluss. Ja, ich spiele auch gerne Klavier, obwohl ich es nicht besonders gut kann, und ich finde Musik besonders wichtig. Dann können wir ja beide zusammen mal besonders gut Klavier, was wir nicht besonders gut können, Klavier spielen. Ja, klar, du kannst dich immer darauf einhängen, das heißt, wir einigen uns auf ein Turnaround, und dann spielen wir los. Nee, aber Musik, also, ist das Ausgleich für dich? Ist das quasi, also, ist das... Ich bin so gestartet eigentlich, wenn du so willst, also, auch Zeit meines Biologie-Studiums, habe ich sehr, sehr viel Musik gemacht. Das war nicht immer das, was man unbedingt der Öffentlichkeit präsentieren müsste, ja, aber, doch, doch, also, ich war auch in der evangelischen Jugendarbeit lang unterwegs, und dann haben wir auch verschiedene Bands in diesem Zusammenhang, und bin jetzt auch mit dem Diakon noch sehr gut befreundet, der das damals alles angeleitet hat, und, ja, ja, klar, also, Musik war immer ein Antriebsfehler. Eigentlich ist es traurig, dass ich momentan viel zu wenig Musik mache, also, ich habe damals wirklich lange, lange am PC gesessen, habe Stücke eingespielt, DAW, Digital Audio Workstation, und, habe auch, auch zwischendurch auf der Messe gearbeitet, für eine Musikfirma, die auch unter anderem den Vertrieb hatte, von dem Programm, was ich damals genutzt habe, ja, war da ziemlich tief im Stoff drin, also, eigentlich das gleiche, was wir schon mal erzählt hatten, also, ich interessiere mich für die Technik, wie funktioniert das Ganze, und, ähm, bin halt so ein Kind der 80er, wo ich halt, äh, diese FM-Synthese quasi von der Pika auf mitgemacht habe, kenne mich damit sehr gut aus, äh, inzwischen ist mir aufgefallen, dass ich den, den Synthesizer, den ich eigentlich in- und auswendig kenne, wo ich auch schon die Seitenzahlen auswendig kannte, also von den einzelnen Parametern, die man einstellen konnte, dass ich das inzwischen ziemlich gut verlernt habe, also, da muss ich mich wieder einarbeiten, und, aber, ja, das war immer so mein, 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 mein Hintergrund. Aber, aber ist das vielleicht etwas, du hast gerade selber gesagt, also dieses vielleicht, also wieder mehr Musik zu machen in Zukunft, also, Musik? also ich habe, ich habe mein ganzes Tonstuhl wieder umgebaut, also, das war jetzt ja lange Zeit erst mal ein TV-Studio, und, äh, jetzt wird der Aufnahmeraum wieder zum Aufnahmeraum, äh, der große Tisch, an dem ich immer gesessen habe, hier für unser, für unser Format, äh, Wikihausen, also Geschichten aus Wikihausen, ähm, der ist jetzt, äh, der wird, glaube ich, zur, zur Lötstation, wenn diese Riese hier... Aber, aber wenn du dich jetzt... Deswegen ist der, ist das Bild jetzt anders, weil du ja sitzt, sitzt ja immer an deinem Arbeitsplatz jetzt, und vorher hattest du ja so eine Kulisse mit diesem Schreibtisch, mit den Bücherstapeln... Ja, genau das, und, 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 bevor da mal jemand aufgefallen ist, also, dass im Bücherstapel ein Buch drin war, wo drauf stand, ähm... Mir sind die immer alle aufgefallen. Ja, immer, da haben wir dann zwischendurch Robi, Tobi und das Fliebertüt, also immer, wie es halt gerade passt. Ja, das hat halt auch immer gewechselt. Genau, aber eins war, war halt die ganze Zeit, das war nämlich, äh, Chemistry of Powder, of Powder and Explosives. Das war immer drin. Aber, aber, ja, was wolltest du uns damit mitteilen? Ja, genau, also, ja, wir haben ja explosive Themen gehabt, ne, also, das ist übrigens ein witziges Ding, also, die haben, ähm, eine Bibliothek halt irgendwie platt gemacht und ich hab dann halt gesehen, da sind ein paar Bücher drin gewesen, da dachte ich, oh, was ist das denn hier? Also, da hab ich einen ganzen Stapel mitgenommen und hab ich auch erst gar nicht geschnallt, was das für Bücher sind, gucke ich halt zu Hause, Chemistry of Powder and Explosives, geil, packst auf den Tisch drauf und dann hat das, glaube ich, bestimmt 20 Sendungen gebraucht, bis das erste Mal drauf gekommen ist, was da für ein Buch auf den Tisch liegt. Ihr Terroristen, was macht ihr denn da, ne? Genau. Aber wenn du dich, wenn du quasi, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Musik und deinem... Aber du müsstest dich entscheiden, also es wäre wirklich du, also es geht nur noch eins von beiden weiter. Womit glaubst du, würdest du der Menschheit mehr dienen? Also das heißt, da zeigt jemand mit einer Pistole auf dich und sagt, Musik oder Biologie? Dann würde ich sagen, ach komm, drück ab. Das kann ich so nicht als Schlusswort stehen lassen. Oder, Spock? Nein, 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 das war einer von, wir müssen auch sagen, woher es kommt, weißt du es? Nee. Ist von Volker Pispas ist das. Okay. Komm, drück ab. Ich habe keine Ahnung. War eine Entscheidung schlimmer als die andere. Nee, Musik oder Biologie? Nein, gar nicht Musik oder Biologie. Investigative Journalismus. Genau, Musik oder Journalismus. Musik oder Journalismus. Also Journalismus ist ja, das bringt mir eigentlich relativ wenig. Das heißt, also Musik ist ja das, was mich erfüllt. Aber das ist doch spannend. Also das ist genau das. Also das erfüllt dich. Das andere sagst, du bringt dir wenig. Also wäre doch eigentlich ganz klar, würde ich jetzt sagen, natürlich die Musik. Naja, also das, was wir haben, ist ja ein medialer Kampf. Das heißt, also irgendwann entscheidest du dich, an diesem medialen Kampf teilzunehmen. Das hast du ja auch gemacht, genau wie ich. Und das andere ist das, was du gerne machen würdest. Und manchmal nutzt du auch beides zusammen. Also ich habe ja im zweiten Film, das ist ja, die Filmmusik ist ja komplett von mir. Habe ich auch nicht übernommen von, oder habe ich doch, ich hatte auch einen guten Bekannten, der inzwischen auch in Berlin ist. Der ist auch so ein, Synthesizer-Frickler, der hat ja so ganz, ganz viel so, ja, man könnte fast sagen, Minimum-Music gemacht, also mit Synthesizern. Also Robert heißt der auch. Und da hatte ich ja so im ersten Film die Musik auch genommen, was irgendwie ganz gut passte. Und im zweiten Film habe ich die ja selber gemacht, weil ich auch gerne Filmmusik mache. Das heißt also, da kann man das Nützliche mit dem Schönen verbinden sozusagen. Das Nützliche deswegen, weil du bist im medialen Kampf irgendwann und nimmst diesen Kampf auf, weil du siehst, es läuft etwas total schief. Das machst du ja nicht, weil du irgendwie gerne gegen irgendwelche Leute gegen vorgehst, sondern einfach, weil es eine gewisse, ja, Dringlichkeit hat. Und Musik machst du ja, weil es Spaß macht. Und klar würde ich dann eher Musik nehmen. Also ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Wikipedia-Kram. Das ist also, wie sagte Ken Jebsen, wir machen hier den Mülltrenner die ganze Zeit. Und nee, muss ja nicht sein. Also du wälzt dich durch die Wikipedia durch und sagst, okay, es war, es war, es war, es ist falsch, 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 falsch. Und dann versuchen sie auch noch ihre Spuren zu verwischen. Das ist anstrengende Arbeit. Es gibt ein Erfolgserlebnis, wenn du so jemanden aus der Wikipedia rauspulen kannst. Das ist aber auch schon alles. Also es ist ja keine schöne Tätigkeit. Es ist ja nichts, woran man sich ergötzen kann. Es hat keine Ästhetik. Es ist das Gegenteil von Ästhetik. Also das ist einfach, es ist einfach nur Schmutz, es ist Dreck. Das macht keinen Spaß eigentlich. Uneigentlich ist es eine Passion. Ich arbeite gerne mit Dirk Pullmann zusammen. Ich lerne ja auch ganz viel von ihm. Also ich könnte fast sagen, er ist ja schon so eine Art Mentor. Also das, ja doch, aber wirklich, das macht wirklich Spaß. Auch deswegen würde ich das auch nicht missen wollen eigentlich. Aber wenn du mich so fragst, würde ich vielleicht notfalls noch auf Dirk verzichten, wenn du mir eine Pistole auf die Brust setzt und sagst, also Musik oder Wikipedia. Ja siehst du, da sage ich jetzt ganz ehrlich, Musik ist Licht am Ende des Tunnels. Also das passt zur After Dark. Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für deine Offenheit, für deine Einblicke. und ja auch wirklich Wahnsinn, was du alles in den letzten Jahren aufgedeckt hast. In der Hoffnung, dass ja die Leute verstehen, dass wir so nicht weitermachen können. Ja, wenn es so ist. Ist ja meine Aufgabe, die ich aufgenommen habe. Aber, also es ist ja eigentlich erschreckend, wie viel man rausfinden kann, was noch nicht beackert wurde. Also eigentlich gäbe es mich nicht, es gäbe dich wahrscheinlich auch nicht in der Form, wie wir jetzt da sind, wenn es nicht schon jemand von den Leuten gemacht hätte, die eigentlich dafür zuständig sind. Also was ist mit den Leuten vom Tagesspiegel, schon wieder, was ist mit den Leuten beim Spiegel zum Beispiel, den ich ja lange Zeit gelesen habe und irgendwann gesagt habe, das kann ich mir nicht mehr antun. Oder Monitor war ein Magazin, was ich sehr, sehr gerne gesehen habe. Aber die Zeiten von Klaus Bettnarz sind ein für alle Mal vorbei. Jetzt hast du noch diesen Georg Restle da. Ja, das ist so eine Reste-Rampe, könnte man sagen. Wir müssen wieder zusammenfinden. Uns bleibt nur diese Chance zusammen. Es geht nur zusammen. Und es geht nur, ja, wobei dann, sagen wir mal so, mit den meisten wird das gehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gebe ich dir recht. Also die sind bestimmt, die wollen das ja auch. Also die wollen ja wahrheitsgemäß berichten. Und aber ein paar Leute, die wirklich pathologisch sind, die müssen wir einfach entfernen. Anders geht es nicht. Die müssen halt, die werden halt arbeitslos und dann müssen halt andere Leute deren Job übernehmen. Anders geht es ja nicht. Weil du kannst, willst du mit Klaus Kleber da bei der Tagesschau weitermachen? Das wäre ja lustig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich vernünftige Berichterstattung macht. Nein, aber ich möchte ihn gerne hier mal sitzen haben. Ja, das wäre spannend. Absolut. Vielen Dank, Markus. Ja, bis dahin. Danke, Spock. Danke. Und Ahoy. Tschüss. Tschüss. Afterdark. Afterdark.